Willkommen heute Abend hier zu den Digital Courage Memoiren. Wir haben die geballte Power der Digital Courage auf der Bühne sitzen. Padelun, Rena und Lena, aus dem Talk vorher rüber gesprintet im Prinzip, und noch zwei weitere Gäste, Claudia Fischer und IJ. Willkommen zu Geschichten aus dem Paulanergarten oder doch eher aus der Weinstube. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für den kräftigen Applaus, den wir hier uns jetzt einfach mal vorstellen. Schöne Grüße aus der M26, das ist die Abkürzung für Marktstraße 26. Es ist nämlich heute nicht nur Tag 3 des Kongresses, sondern auch Tag 3 unseres neuen Studios. Deswegen hat es sich auch ein kleines bisschen verzögert und deswegen ist ja das eine oder andere noch nicht ganz so, wie es soll. Aber wir testen das jetzt einfach mal aus und werden daran hoffentlich heute viel Spaß haben. Corona-Hinweis, wir haben jetzt leider wirklich komplett aufs Publikum verzichtet und zwar last minute noch, weil wir es dann doch nicht verknusen konnten. Das heißt, wir reden jetzt so ein bisschen mit der leeren Kamera, aber wir wissen euch ja da mit 20 Sekunden Verzögerung, wie ich mir habe sagen lassen. Und wir stellen uns das jetzt halt einfach vor. Wir lüften regelmäßig, dafür haben wir hier diesen Würfel, den gibt es auch bei uns im Shop, den finden wir sehr praktisch, weil man... Den gibt es nicht im Shop. Den gibt es nicht im Shop, den bewirbst du einfach nur so. Ach so, na seht ihr, noch nicht mal Eigenwerbung. Aber das Nette ist, man dreht den immer auf die Zahl, wie er piepsen soll. Also jetzt bitte auf halbe Stunde. Nee, fünf Minuten. Erst mal Fenster auf. Ach so, jetzt mal Fenster auf, bitte. Und fünf Minuten wird gelüftet. Das wird dann ab und zu immer mal wieder piepsen. Wir drehen das dann um und ihr seht, es stört überhaupt nicht. Genau. Ja, und wo wir gerade bei Corona sind, das ist so ein bisschen auch gleich der Anlass, aus dem wir hier ein Stück weit auch sitzen. Es gibt ja die... Gerade im Moment überall kommt Retro wieder voll in Mode. Wetten, das wird wieder aufgelegt. TV Total läuft hier im linearen Fernsehen wieder. Und sogar den Zonk habe ich neulich wieder gesehen. Und ich habe im Radio gehört, es gibt da die Erklärung vom Psychologen dafür, dass wir im Moment vor lauter Corona uns so ein bisschen an die guten alten Zeiten zurücksehen, wo wir uns noch treffen konnten und noch Demos machen und Veranstaltungen. Und weil wir die halt jetzt alle gerade nicht machen können, bleibt uns nicht so viel anderes, als in der Vergangenheit zu schwelgen. Aber vielleicht auch ein bisschen mit Weiterkommen zum Beispiel, indem wir uns überlegen, was wir denn in Zukunft bald wieder machen wollen, wenn wir denn dann wieder dürfen. Und was für Lehren wir ja auch aus unseren Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen dachten wir, wir erzählen jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen die ganzen Geschichten, die sonst immer zu kurz kommen, beziehungsweise die wir uns sonst auf dem Kongress abends auf dem Sofa, wenn wir irgendwo rumchillen, erzählen. Und die ja jetzt auf diesem RC3 auch sonst nicht erzählt werden. Eigentlich erzählt man die, wenn man aufs Klo will und braucht drei Stunden, weil man dauernd Leuten irgendwas unterwegs erzählt. Oder dort. So, und das, dieses ganze Retro, wo kommt eigentlich Digital Courage her? Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum wir Dinge so machen, wie wir sie tun. Und eigentlich hinter jedem davon steht eine Geschichte. Wir werden sie heute nicht alle erzählen können. Wenn wir ein bisschen Glück haben, machen wir aber später vielleicht noch mal ein längeres Format draus. Jetzt einfach mal eine kleine Auswahl. Und dann gucken wir mal. Und damit wollen wir dann auch das Stichwort Oral History, also wir erzählen einfach mal ein bisschen. Und letztlich wollen wir dann auch gucken, was können wir denn aus den Geschichten, die unsere Vergangenheit ausmachen, auch lernen. Und was können wir daraus mitnehmen? Also vielleicht auch klar sagen, und es geht darum, daraus zu lernen. Es geht nicht uns darum, Dönickes zu erzählen. Manchmal auch. Naja, gut, manchmal auch. Aber es geht ja auch darum, und das steht ja auch hinter dem Titel der Veranstaltung, dass es einfach mal für Leute auch erfahrbar wird, warum wir bestimmte Dinge so machen und nicht anders. Obwohl alle uns sagen, nee, wir wollen das anders haben. Aber wir sagen, nee, wir finden gelbe Stecknadeln besser als bunte. Ja, das mit den gelben Stecknadeln ist übrigens auch genau schon die Hinleitung zu unserem ersten Thema. Es wird nämlich bei uns oft von Rahmenbau gesprochen. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass wir uns lieber in einer Weinstube als in einer Kneipe treffen. Und das geht meines Erachtens sozusagen auf die allerfrühsten Anfänge zurück. Badeloun, erzähl doch mal. Ich mache mal das erste Foto schon mal an und du darfst erzählen. Was waren denn das für Anfänge? Und warum, was hat das mit Weinstuben zu tun? Naja, die Anfänge lange vor, Digital Courage, also Föhrburt, war ja, dass wir, Renna und ich, eine Aufführung von Konzerten gemacht haben, nämlich Eric Satie, die Page Mystique. Ein Klavierstück, das eigentlich so zwei Minuten dauert. Wenn man es aber 840 Mal wiederholt, dann dauert das halt 14 Stunden. Und wir haben Menschen dazu eingeladen, haben uns auch sehr viel mit dem Komponisten beschäftigt, der eben sagte, dass er nur weiße Speisen essen würde. Und also haben wir einen Raum eingerichtet, komplett in weiß, weiße Speisen dazu gegessen. Die Leute, die brauchten dann eben nicht da so sitzen und zuhören, sondern die konnten rumpflegeln. Wir hatten Becken bereitgestellt. Man konnte auch schlafen. Es gab mal einen Journalisten in Mannheim. Der hat seine Reiseschreibmaschine geholt, hat sich dann in den Raum gesetzt und dann angefangen, den Bericht für den Mannheim am Morgen da drin zu schreiben. Über die Veranstaltung, in der er gerade saß. Das war großartig. Laptops gab es da noch nicht. Es war eine Reiseschreibmaschine. Ja, das war super charmant. Und was wir gemacht haben, war ja gar nicht, dass wir Klavier gespielt haben, sondern ihr seht es im Bild. Links ist Ulrich Sperl. Ulrich Sperl, rechts ist Karin Kettling. Die beiden haben das immer gespielt, sich abgewechselt. Ganz wichtig, sich abzuwechseln, weil sonst wird das so ein Wettbewerbsding. Also so wie Igor Levit das gespielt hat, hat man gemerkt, das wurde immer drängender. Und so kann es die ganze Zeit gleichmäßig dahin plätschern. Erik Satie hat nämlich gesagt, wenn man das Stück 840 Mal wiederholen will, dann sollte man sich in größter Ruhe und Gelassenheit darauf vorbereiten. Also er hat gar nicht vorgeschrieben, dass man es 840 Mal spielen muss, sondern es man könnte. Und dann aber sollte man sich mit Ruhe und Gelassenheit vorbereiten. Und genau das haben wir getan. Wir haben auch dafür gesorgt, dass das Publikum Ruhe und Gelassenheit haben konnte. Also sich bequem hinsetzen, dass es was zu essen gab. Leute konnten sich auch auf einem Feldbett schlafen legen, wenn sie wollten. Und das war alles in wunderbarem, beruhigendem Weiß eingerichtet. Und es gab auch nur weiße Speisen, weil Erik Satie mal behauptet hat, er würde nur weiße Speisen essen, was bekanntermaßen nicht gestimmt hat. Zumindest ist übermittelt, dass er Rotwein getrunken hat. Und wie lange dauert das Stück, wenn man das 800... 15 Stunden. Und so lange war dann auch die Veranstaltung. Genau. Und da musste immer jemand mitzählen und abhaken, damit wir dann auch die 840 tatsächlich gemacht haben. Das Geniale an dem Stück ist, die Vexation sind ein traumhaftes Stück. Das schwebt so dahin. Und viele Menschen merken gar nicht in der ersten halben Stunde, dass sich das Stück wiederholt. weil es das Gegenteil eines Ohrwurms ist. Wenn das ein Ohrwurm wäre, dann würde man schreiend rausrennen. Dann würde man keine 15 Stunden daran aushalten. Aber so kannst du Leute, die nach zwei Stunden rausgehen auf Toilette, kannst du auf dem Flur ansprechen und sagen, pfeif mal die Melodie. Und die Leute können das nicht, weil sie sich einfach dem Erinnern entzieht. Aber was hat das jetzt mit Rahmenbau zu tun? Moment, lass mich noch einen Punkt sagen. Das Schöne dabei ist, wenn ich an unsere Kongressmusik denke, die wir auch dauernd hören jetzt hier, uns in Stimmung zu versetzen, das ist eine Nachfolge davon. Eric Satie hat sowas erfunden, was später wir Ambient und Weiß der Teufel nennen. Und das ist ganz fantastisch. Und wir haben eben einen Rahmen gebaut, nicht selber Klavier gespielt, sondern einen Rahmen gebaut, damit Menschen sich in diesem Raum, in dem das stattfand, eben aufhalten können, dass es nicht anstrengend wird, und dass sie gut miteinander kommunizieren können. Also wir haben ja mit diesen ganzen Aufführungen den Leuten 14 Stunden Zeit geschenkt, in denen die man miteinander verbringt. Wo sie nach einer halben oder nach einer Stunde merken, da passiert ja gar nichts, da wird jetzt gar nicht die große Show gemacht. Sondern ich habe gedacht, da wird jetzt irgendwas besonders Aufregendes geboten. Aber nein, da spielen echte Menschen an diesem Flügel. Und da sind andere Menschen. Und hey, ich habe jetzt Zeit. Ich kann mit den anderen Menschen dort mich bekannt machen. Ich kann mit denen sprechen und so. Und eine Sache, eine wichtige Sache dazu. Eric Satie hat diese Art Musik, Musik der Möblement genannt. Also Musik wie Möbel oder Musik als Inneneinrichtung. Und das bedeutet halt, dass wir die Musik so wahrnehmen sollten, wie ein Stuhl, auf dem man sich einfach niederlässt und benutzt, aber den man nicht lobt für seine geniale Vierbeinigkeit. Und deswegen sollte es so im Leben bei sein. Eric Satie hat diese Musik extra dafür komponiert, dass sie im Hintergrund gespielt wird. Er war selber als Barpianist tätig und hat auch andere Musik gespielt im Hintergrund von dem Geschehen in der Bar. Und er wollte aber nicht, dass andere Musik dafür missbraucht wird als Hintergrund. Und von diesem Musik der Möblement haben Paul Luhn und ich unseren Namen für unser Kunstprojekt, nämlich Art der Möblement, also Kunst wie Möbel oder Kunst als Inneneinrichtung. So heißt auch der Verlag, in dem einige unserer Bücher erscheinen. Und der Rahmenbau, den habt ihr dann auf andere Situationen im Alltag angewandt? Wir haben halt festgestellt, wie wunderbar das funktioniert, Menschen solche Rahmen zu geben, in denen sie selber aktiv werden. Also, weil wir kommen ja auch aus der Punkbewegung. Also, es sollte eine Band spielen, die waren zu betrunken, also sind vier andere Leute auf die Bühne gegangen, haben sich die Instrumente geschnappt und dann nicht gespielt. Und es ging ja auch darum, diese Stars wieder von den Sockeln zu holen. Und jeder kann etwas tun und auch Leute ertüchtigen und Mut machen. Also, ich weiß nicht, wie oft ich auf der Bühne völlig zu Recht ausgebucht worden bin, aber es bringt einen weiter und voran. Und man ist nicht einfach nur, ich kann ja gar nichts mehr. Und die Werkstation drehen das um. Also, dieses Stück von Eric Satie, da ist das Publikum das eigentlich Wichtige. Darum geht es. Und auch die Menschen, die das Musikstück gespielt haben, waren ein Teil vom Rahmen, der da war, damit Menschen sich wohlfühlen und eine Chance haben, selber aktiv zu werden. Also, dass sie sich so weit angeregt und auch so weit frei fühlen und in einem angenehmen Rahmen, dass sie das tun. Und dieser angenehme Rahmen ist dann auch die Weinstube mehr als die Kneipe? Also, ich kann dazu was sagen. Wir haben ja eigentlich damit begonnen. Also, erst mal kamen die Leute immer zu uns in die Galerie, haben sich da unterhalten und irgendwann wurde es too much. Wir haben gesagt, okay, wir treffen uns jetzt jeden Dienstag und gehen dafür in ein Lokal. Und das war am Anfang wirklich eine Kneipe. Und das war halt, es hat Leute abgeschreckt. Die wollten nicht in eine Kneipe. Es kamen Frauen hin, die wurden gleich blöd angemacht. Und dann haben wir gesagt, wir müssen etwas verändern. Wir müssen, um auch diesen Avogat-Anspruch zu machen, wir brauchen etwas, ja, mehr so eine Weinstube und einen Kaffee, um uns zu treffen. Und es hat auch sofort funktioniert. Es kamen andere Leute. Ich habe nichts gegen Kneipen, aber für, wenn es diese Form von Geist geht, diese Intelligenz hier so zu unterstützen, dann braucht man eben auch was anderes als immer nur diese Biertümelei, die ich an ganz vielen Stellen noch einfach als das Einzige, was Leuten noch einfällt, wenn sie mal gemütlich sein wollen, dann, ja, geh mal und trinken. Und das ist halt zu heftig. Das hat einfach auch mit Lautstärke zu tun. Also es ist schön, wenn man nicht gegen anbrüllen muss oder sich anstrengen muss, um das, was mein Gegenüber gesagt hat, auszufiltern und aus dem ganzen Umgebungslärm. Wenn man da so eine angenehme Grundstimmung hat, ist das prima. Aber wenn die Lautstärke zu viel wird, ist es nicht gut. Und Wein hat etwas, was mit geistreichen Gesprächen recht gut einem näher geht. So, also lieber der Rahmenbau, der an ganz vielen Stellen ist, gucken, wie muss denn die Rahmenbedingungen aussehen, damit auch der Inhalt so wird, wie ich es gerne haben will. Und darüber kann ich ganz viel entscheiden. Badellund, du hast gerade eben die Galerie angesprochen. Ich habe da sogar ein Foto von. Für die Leute, die jetzt in der M18, das ist ja unser eigentliches Domizil, die Marktstraße 18, da ab und zu ein- und ausgehen, vielleicht sehen Sie es nicht sofort, aber das ist tatsächlich Erdgeschoss. Der Blick durchs Schaufenster. Der Blick durchs Schaufenster, wo ihr tatsächlich eure Galerie hattet. Und dann seid ihr von da irgendwie zum CCC gekommen. Ja, also man muss vielleicht noch eins dazu sagen. Andere haben in einer Garage angefangen, wir in einem Autohaus. Dieses, was ihr da jetzt gerade seht, dieser Raum mit Schaufenster, das war ganz früher mal der Schauraum für einen Audi NSU. Und die Werkstatt und die Sozialräume und so weiter, das ist alles eben in der Marktstraße 18 und da sind wir irgendwann eingezogen. Und das eben war ein Blick auf die allererste Ausstellung. Das waren 3000 Polaroids. Und das hier ist eine Ausstellung mit einem selbstgebauten Computer. Ich glaube, da stand von mir aus drauf und der hat Fernsehen geschaut und hat Bilder verglichen. Aber wir wollen das jetzt nicht im Einzelnen erklären. Wir haben sehr viele, sehr abgefahrene Veranstaltungen gehabt in dieser Galerie. In der Regel keine Bilder, also keine Sachen, die in der Art käuflich waren, sondern viele Installationen, Performance-Aktionen und so weiter. Und wir hatten in dem Rahmen auch für drei Tage und drei Nächte den Chaos Computer Club zu Gast. Und zwar in einer ganz besonderen Reihe, weil wir haben jetzt nicht Kunst gemacht, weil wir irgendwas hübsch finden oder so, sondern weil wir vorankommen. wollen. Also wir kamen aus den 80er-Jahren, Punkbewegung habe ich schon erwähnt. Der Atomkrieg dreute dauernd mit Russland und es gab No Future und wir waren halt ähnlich, es war ähnlich desolat in der Jugend wie heute. Wir wollten vorankommen und wir haben einfach einen großen Optimismus, aber man muss auch was dafür tun. Und wir haben eben diese Galerie eröffnet. Damals war es üblich, Schaufenster zugeklebt zu haben und im Dunkeln. Wir haben alles aufgemacht und Milchkaffee getrunken und Wasser und Mineralwasser. Und wir haben eine Ausstellungsreihe gemacht, die hieß Interregionale Mehrwertvorstellung. Die ist sogar vom Land NRW gefördert worden. Wir haben dafür sogar Geld bekommen und haben halt Leute eingeladen, die wir nicht in erster Linie oder die sich selber in erster Linie gar nicht als Künstlerin oder Künstler verstehen, sondern als Gärtner oder als Hacker oder Ähnliches. Oder als Einbrecher. Oder als Einbrecher. Wir hatten auch einen Einbrecher, war toll. Aber ich bleibe jetzt mal hier, weil das Bild da gerade ist. Auf das Bild müsst ihr jetzt gerade mal wirklich schauen, nämlich seht ihr den großen Monitor da? Das war unser Fernseher auf diesem Monitor. Der zeigt das Bild von einem Schneider-PC, der anderthalb Tage gebraucht hat, um ein schwarz-weiß Apfelmännchen auszurechnen damals. Daneben ist ein Akustikkoppler oder davor steht ein Akustikkoppler. Wir kannten Bauholland halt schon ganz lange aus der WG von Peter Glaser. Ah, genau, da ist er. Und das war sogar damals. Das ist genau bei der Gelegenheit. Das ist bei der Veranstaltung. Bauholland war da, Christian Wolf, der inzwischen in San Francisco. Bauholland tätig ist und Obelix. Genau. Und es war halt eine Veranstaltung. In den anderen Fünfen, da kam halt so unser Kunstpublikum. Und die das kannten und toll fanden. Aber hier kam dann plötzlich, ja, heute gehört man ein Wort dafür. Damals gab es das noch nicht, nämlich das Wort Nerds. Und die kamen halt rein. und das waren Leute mit blitzenden Augen, tatsächlich jung, tatsächlich zum Teil pickelig, wie man das früher mal so gesagt hat. und die hatten so leuchtende Augen und die hatten so dieses Bewusstsein, wir wissen, wo es lang geht. Und das hat uns völlig fasziniert, weil das haben wir ja auch gesucht. Wir haben es in der Kunst halt nicht gefunden. In der Kunst waren halt, es war langweilig. Also das, was ans Avant-Gott-Kunst lief, war alles nur Dreck. Die wussten auch nicht, wo es lang geht. Die wussten auch nicht. Aber sie wollten es ausprobieren. Und das war das Blitzen in den Augen und das war das Spannende. Sie hatten was vor, das drängte halt. Und wir haben halt festgestellt, da wollen wir mitmachen. Und ich glaube... Nein, nein, wir wollen nicht mitmachen, sondern wir haben festgestellt, da tut sich eine neue Welt auf. Also jenseits des Modems, des selbst gebastelten, was an unsere auseinandergeschraubte Telefondose angehängt wurde. Was damals strafbar war? 1985. Das war Dezember 1985. Ja, genau. Und wir waren damals dann per DatXP und einer Leih-Nui waren wir dann im Rechner der Washington Post und haben schon mal die Nachrichten des nächsten Tages gelesen. Das war nicht so gedacht von der Washington Post damals. Es war aber auch nicht illegal. Und zwar einfach deshalb, weil der Gesetzgeber gar nicht wusste, dass man so etwas tun könnte. Und deswegen gab es auch noch keine Gesetze dagegen. Also insofern alles gut. Wir haben gesehen, wow, da tut sich eine neue Welt auf. Und wir wussten... Wow, da tut sich eine neue Welt auf. Und das ist was, was wir mitgestalten können. Das ist nicht was, was wir uns nur angucken, sondern das ist noch gar nicht fertig. Da gibt es viel dran zu tun und das wollten wir machen. Ja, und vor allen Dingen braucht das Kunst und Kultur und nicht mehr Technik. Und Rahmenbau. Und Rahmenbau, ganz genau Rahmenbau. Ja. Also wir waren die, wo die Rechner zugeschraubt sein mussten, wenn man sie benutzte. Die Hacker waren die, wo sie offen sein mussten, weil es cool aussah. Und dann habt ihr die Public Domains daraus entwickelt? Nee, es war anders. Nee, nicht ganz, weil Christian Wolf, der mit dabei war, geh nochmal an, ja, egal. Christian Wolf sagte, ihr müsst unbedingt zum Chaos-Kongress kommen. Und ich bin dann hingefahren, es war der zweite Chaos-Kongress. Seitdem war ich auf jedem. Und dann habe ich diesen Chaos-Kongress mitbekommen und dann habe ich Rena davon erzählt und Rena sagte, Mensch, irgendwie sowas in der Art brauchen wir auch, aber nicht nur einmal im Jahr, es muss einmal im Monat stattfinden. Und dann haben wir noch eine ganze Zeit lang getroffen. Wir wollten das, 1986 wollten wir das schon verwirklichen. Und die Leute vom Bunker Ulmenwall waren aber eigentlich nur auf Jazz und hatten da keine Lust drauf. Und dann gab es einen Wechsel in der Leitung vom Bunker Ulmenwall, ein spannender Kulturort, tatsächlich unterirdisch, ein Weltkriegsbunker und in dem alle möglichen verschiedenen Sachen liefen. Und dann hatten wir plötzlich Freie Bahn 1987 und wir wurden willkommen geheißen und wir sind überwältigt gewesen bei der allerersten Veranstaltung, bei der ersten Public Domain. Das ist jetzt die hier. Genau. Da standen 100 Leute vor der Tür. Wir kamen natürlich zu spät. Da stand also schon ein Pulk draußen, ein großer davor. Kaum jemand besaß selber schon einen Computer. Wir auch nicht. Wir haben aber welche organisiert, wie man da sieht. Da ist ein C64 und wir sehen links an der Kamera und auch rechts am C64 Oliver Ionescu aus Bielefeld, der dann auch eine Zeit lang unsere Datenbank für die Einladungsetiketten bearbeitet hat auf dem C64. Und tatsächlich werden wir den später noch in einem Video wiedererkennen. Ja, genau. Das ist dann schon mal so ein kleiner Spoiler vorab. Und dann seid ihr irgendwie unter die File-Sharer gegangen. Naja, das kann man so nicht nennen, weil File-Sharing, sorry, dafür muss man erst mal online sein. Tatsächlich bei der Public Domain, wir haben halt einen Raum aufgemacht, einen Rahmenbau betrieben. Und was halt den Kids einfiel war, als sie dann gemerkt haben, oh ja, und dann ihre Heimrechner dann hatten und wir sagten immer, bringt die doch mal mit, zeigt, was ihr daran macht. Und tatsächlich war schon das meiste, was den Leuten einfiel, war, naja, Disketten von einem Laufwerk ins andere zu schieben. Also sprich, sich mit den notwendigen Informationen zu versorgen, damit man mit diesen Kisten überhaupt was machen konnte. Das wurde dann, also fanden wir jetzt gar nicht so toll, dass sie da immer nur so rumraubkopierten, wie du es siehst. Aber es hatte schon auch einen spannenden Hintergrund, denn damals war Software sehr oft durch Kopierschutz gesichert. Und den musste man also entfernen, bevor man von so einer Kopie was hatte. Die eine oder andere Person erinnert sich vielleicht. Ja. Die anderen unter uns. Und ich finde, das war ein geniales Lernprogramm, weil unglaublich viele von den Leuten damals gelernt haben, wie man programmiert. Also das erste Programm von einem unserer Freunde, die wir seither kennen, von der Public Domain, der hat tatsächlich einen Diskettenmonitor geschrieben, um halt Kopierschutz entfernen zu können. Und einige Leute haben dann auch die Programme tatsächlich korrigiert und verbessert, wenn da Fehler drin waren oder haben Intros geschrieben, womit sie dann auch gezeigt haben, was sie selber so drauf haben beim Programmieren. Und es war eine unglaublich lebendige Szene, die die Möglichkeiten der Rechner voll ausgereizt haben. Also zum Beispiel beim Atari den kompletten Bildschirm benutzt haben, was von der Standardsoftware her eigentlich so nicht vorgesehen war. Von der Standardhardware her. Ja, von der Hardware her. Aber jetzt, ihr habt doch von Bitnapping gesprochen. Und was ist denn das jetzt? Ich dachte, das wäre dieses frühe File-Sharing gewesen. Naja, kann man so sagen. Es war halt das erste Mal, dass jemand aus dem Kreis dann, also von den jungen Leuten, die das immer zusammenkamen, kam mal einer zu uns und sagte, hey, ist ja schon ganz cool, was hier läuft. Aber hey, habt ihr nicht mal Lust? So eine richtige Raub-Kopie-Party zu machen. Kopie-Party. Ja, Kopie-Party. Und sagten, was meinst du denn damit? Naja, so richtig, so die ganzen Leute einladen, mit denen wir halt Programme tauschen. Und dazu muss man wissen, dass es damals noch eine geniale Möglichkeit der Kontaktaufnahme gab, nämlich Postlagerkarten. Man konnte damals tatsächlich anonym Briefpost versenden. Yay! Ja, man konnte also im Postamt eine Postlagerkarte, nicht nur im Postfach beantragen, da ist das dann ja einem Namen zugeordnet, sondern eine Postlagerkarte. Und da wurden dann Sachen für einen hinterlegt und man ging mit der Karte hin und hat dann einfach damit seine Post abholen können. Und das haben die Jungs und Mädels dann halt sehr ausgiebig mit Disketten gemacht und haben darüber halt kommuniziert, dass sie Disketten getauscht haben. Und ja, die richtige Copy-Party, da haben wir dann überlegt, okay, das machen wir dann richtig, richtig. Und dann laden wir die ganzen Leute ein, mit denen unsere Jungs da Kontakt haben und laden die nach Bielefeld ein. Und dann sind Leute aus dem Saarland, aus Holland, ich weiß nicht woher, noch alles halt angereist. Und die, wir hatten, sie sind über Mund-zu-Mund-Propaganda eingeladen worden. Und wir haben tatsächlich eine Einladungskarte verschickt. In Stahlblau gedruckt, allesamt mit einem Paginierstempel fortlaufend nummeriert und kaschiert, damit sie schön fälschungssicher sind. Mit einem UV-Stempel unter der Laminierung. Stimmt, das auch noch. Und also die waren tatsächlich schon ziemlich fälschungssicher. Und das hat Leute, diese Nummerierung hat Leute auch dazu gebracht, zu überlegen, die kann ich nicht so einfach weitergeben. Das ist bestimmt registriert, wer welche Karte bekommen hat. Und dann sind nur die Leute mit Einladung auch reingekommen. Sehr geehrter Hacker, sehr geehrte Hackerinnen. Das lief halt über die Kontakte, die unsere Jungs da aus Bielefeld hatten. Die haben denen das per Post an die Postlagerkarte geschickt. Und auf diesem Wege hatten wir dann in den Bunker Uimwald eingeladen. Wobei nicht dorthin, sondern zum Einchecken in die Marktstraße 18. Und dann gab es dann die Begrüßungszeremonie. Dann kommt jemand da rein mit Rechner und so und sagt, hey, wo sollen hier die coole Party sein? Dann das Bitnapping-Party genannt, nach dem Film Car-Napping. in dem wunderbarerweise Massen von Porsches geklaut werden. Also Bitnapping-Party. Und dann kommen die Jungs dann halt rein mit Rechner und so und sagen, wo soll es denn hingehen? Und dann so, Moment mal, sagte dann der Junge, der die meisten Adressen halt hatte, wer bist du denn? Und hast du das Spiel so und so, so und so schon? Dann sagt er, ey, Alter, habe ich dir doch letzte Woche schon geschickt. Und dann wusste er, okay, der ist echt. Das war wirklich so. Dann hat er gesagt, okay, alles in Ordnung. Hier ist die Karte, da musst du hin und finde dich dort ein. Und dann wurden sie zum Bunker-Ulm-Wall geschickt. Massen von Leuten checkten also bei uns ein und liefen dann mit den Computern zum Bunker-Ulm-Wall. Es konnte nicht wirklich verborgen bleiben. Aber wir haben eine großartige Party gefeiert. Also dort im Bunker-Ulm-Wall, was wir hier auch sehen in dem Weltkriegsbunker, da durfte noch keiner mehr raus. Darf nicht verpetzt werden. Einmal raus und wieder rein. Ja, aus Sicherheitsgründen. Und Handys gab es halt noch nicht. Und Handyempfang im Übrigen ist da unten auch echt schlecht. Und wir haben für alle gekocht. Und es gab eine großartige Party. Es war wirklich fantastisch. Ich war mit Ralf, war sein Name, war ich dann nochmal für die zweite Runde einchecken, da in der Marktstraße. Und wir warteten noch auf 40 Holländer, die kommen wollten. Und die kamen und kamen nicht. Und dann haben wir gesagt, wir geben ihnen noch fünf Minuten. Und dann haben wir gesagt, okay, zu spät, jetzt gehen wir. Und dann sind wir los. Und ungefähr zehn Minuten, nachdem wir die Marktstraße verlassen haben, sind dort zwei Jungs, die klingelten, um noch einzuchecken, drückten gerade die Klingel an der Haustür und tippte ihnen jemand auf die Schulter und sagte, sie sind vorläufig festgenommen. Und dann wurden sie ins Polizeirevier gebracht, mussten die Taschen ausleeren. Sie haben geklingelt, dass es eine Straftat. Es wurde dann festgestellt, dass sie leere Leerdisketten dabei hatten und eine Einladungskarte. Auch der ja nicht drauf stand, wo es stattfindet, außer die Marktstraße 18. Und das war also, insofern hatte man in der Zwischenzeit die Marktstraße 18 aufgestöbert, aber nicht den Bunker Olbenwald, wo die rauschende Party abging. Man konnte schon damals nicht die Lemming-artigen Nerdströme verfolgen, sondern war da ein bisschen langsam. Man war halt zu spät, ja. Aber es hatte ein Nachspiel. Also einige der Leute haben dann bei uns übernachtet und wir haben dann noch ein nettes Frühstück bei uns im Schaufenster, in der Galerie gefeiert. Und dann kamen die zwei Jungs, die das unangenehme Erlebnis am Vortag hatten. und der eine sagte, mein Freund ist hier gestern festgenommen worden und wir wollten euch mal warnen. Und dann haben einige etwas Horror bekommen. Und naja, aber dann passierte erstmal tagelang nichts. Ungefähr vier Tage später, wir hatten die Software für den Atari gerade mit dem kleinen Köfferchen wieder reingeholt. Die hatten wir vorsichtshalber ausgelagert bei Freunden. Wir wollten aber Rechnungen schreiben und dafür brauchten wir die Software. Na, dann kommen drei schnauzbärtige Herren um die Ecke und dann ahnt man schon, was da passiert. Das war unsere erste Hausdurchsuchung. Ja. Und einer der Gründe, weshalb es jetzt zum Beispiel solche Informationsschildertafeln bei uns im Shop zu kaufen gibt. der Chaos-Gruppe gebaut hat. Chaotikum.org. Das Chaotikum.org. Die haben das gebaut, lag auch schon mal allen Datensteuern dabei. Gibt es bei uns im Shop. Werbeblock Ende. Und was dann passierte, die kamen vorne rein und sagten, Kriminalpolizei, Hausdurchsuchung. Ich sagte, kleinen Moment bitte. Gehe also nach hinten in unseren Chaosraum und sage, Paddelun, Kriminalpolizei. Paddelun geht nach vorne und sagt, meine Herren, Sie sind aber spät. Sie kommen aber spät. Vier Tage später. Wir haben später das Protokoll dieser Hausdurchsuchung zu lesen bekommen, weil unser Anwalt es uns zugänglich gemacht hat. Und in dem Protokoll stand dann, sind offenbar gewarnt worden. Das war. Großartig. Das führte dazu, dass sie nicht mehr wirklich erwartet haben, irgendwas von Belang zu finden. Sie haben es trotzdem probiert. besondere Aufmerksamkeit erregten Aufkleber mit dem Chaosknoten. Die haben wir nämlich damals im Siebdruck gedruckt und ähnliche Sachen. Und man versuchte, uns nachzuweisen, dass bei uns irgendwelche Kids vor Rechnern sitzen, angekettet und die ganze Zeit Floppies bedienen und dass wir daran sozusagen damit unseren Lebenshalt bestreiten würden, was wir nicht taten. Das Verfahren, um es kurz zu machen, ist später eingestellt worden. Aber wir waren ganz nach Vorschrift, wir haben gesagt, halt, warten Sie, wir rufen jetzt erst mal unseren Anwalt. Und der kam dann und hat vor allem eine gute Figur gemacht. Und das war, das war dann sehr lustig. Irgendwie war, also natürlich war, eine Hausdurchsuchung ist nicht lustig, besonders nicht die erste. Und die zweite war auch nicht. Aber das erzählen wir heute nicht. Das kommt ein andermals, wo soll denn eine Serie werden? Aber das ist schon, boah, da gehen freiende Leute in deine Wohnung und dürfen das. Die dürfen überall reingucken. Auch in die Tüte mit den vergammelten Äpfeln. Hat kein. Okay, tut mir leid, liebe Leute vom Wirtschaftsdezernat, heute sind wir im besseren Kontakt, wenn wir euch immer sagen müssen, dass am Tor-Server alle Spuren enden. Aber ja, ist halt so. Hat letztendlich in der Szene uns Street Credibility gegeben. Dafür brauchten, ja, okay. Aber ich hätte gern drauf verzichtet. Und deswegen wisst ihr jetzt auch, wie wichtig es ist, dass man zum Beispiel vorher mal drüber nachgedacht hat, wie gehe ich denn in so einer Situation damit um? Weil das Gehirn funktioniert dann einfach anders. Wie alt ist die Telefonnummer deines Anwalts? Die müsste eigentlich hier drin stehen. Nee, die muss da oben drin sein. Ja, ich habe sie jetzt auch nicht im Kopf. Wenn es wirklich gebraucht wird. Welchen meinst du denn überhaupt? Ja, egal, irgendeinen. Aber ich habe sie auch nicht im Kopf und es ärgert mich auch völlig. Und deswegen ist es halt so, gut, sich so ein Schild auch irgendwo hinzuhängen, da vielleicht die Nummer auch reinzuschreiben. Neben die Tür. Wir haben es an der Eingangstür, ja. Und vielleicht auch mal drüber zu sprechen, weil dann ist man einfach in der Situation einfach gefasster. Ich muss vielleicht gerade nochmal einen Schnörkel machen, der noch nicht abgesprochen war. Denn einer unserer Jungs hat gesagt, sollen die nur kommen mit einer Hausdurchsuchung? Bei mir finden die nichts. Und dann dachten wir, hm, mal gucken. Und dann haben wir eine Hausdurchsuchung bei ihm gemacht. Morgens um vier. Nein, um sechs. Um vier. Ist ja auch egal. Paddelun meint, dass wir um vier da gewesen wären. Ich glaube, sechs Uhr reicht eigentlich so in der Szene. Und wir haben dann Sturm geklingelt. Er hat natürlich nicht aufgemacht. Dann haben wir gewartet, bis jemand rauskam. Und dann bumm, bumm, bumm gegen die Tür. Er ist völlig auf Horror gekommen. Und wir haben dann eine echte Hausdurchsuchung gemacht. Er stand hinter der Tür und dann sagt, ah. Also er stand mit erhobener Keule hinter der Tür, hat uns dann erkannt. Also das war schon. Und dann sagt er, okay, dann sucht jetzt auch. Und wir haben was gefunden. Und zwar die empfindliche Adressliste. Also das, was gesucht wird. nicht die Liste, einen Brief. Einen Brief, der an einen seiner Tauschpartner ging. Ach so, stimmt. Den haben wir gefunden, weil die Adressliste nicht gelten lassen. Anyway, ja, okay. Ja, jedenfalls, den Spaß haben wir uns dann auch mal erlaubt. Also da haben wir es dann einmal ausprobiert, einmal trainiert, weil wir gesehen haben, boah, dieser Situation, in dieser Situation fällt dir echt alles runter. Ja. Und nach der zweiten Hausdurchsuchung, über die wir jetzt gar nicht reden. Wir überziehen gerade völlig die Zeit. Kann das sein? Ich sehe dort eine Claudia stehen, die möchte. Kommt doch gleich dran. Nach der zweiten Hausdurchsuchung habt ihr zum Beispiel dann auch Öffnungszeiten an die Tür geschrieben, weil ihr festgestellt habt, wenn man Öffnungszeiten hat, dann kommen sie nicht außerhalb der Öffnungszeiten. Und dann schreibt man natürlich 13 Uhr oder so. 14 bis 18 Uhr. 14 bis 18 Uhr. Das Geniale ist halt, weil wenn Öffnungszeiten angegeben sind, dann würde es ja nicht die Verhältnismäßigkeit der Mittel treffen, wenn man dann die Tür aufbricht, weil die Leute noch nicht da sind. Und dann geht man halt als Polizei dann hin, wenn man die Leute antrifft. Das ist doch noch schon mal eine sehr wichtige Information für alle da draußen. Also, wenn ihr gerne euch aussuchen wollt, zu welchen Seiten ihr durchsucht werdet, schreibt Öffnungszeiten an eure Tür. Naja, ob es an der Wohnungstür klappt, weiß ich nicht. Aber ja. Jetzt kommen wir aber tatsächlich mal zeitmäßig zum nächsten Thema. Wir springen jetzt ein bisschen, schlicht und ergreifend, damit die arme Claudia nicht zu spät ins Bett kommt. Und gehen jetzt ein bisschen nach vorne. Wir haben ja ganz häufig so David-gegen-Goliath-Situationen und Leute sagen, boah, nee, das ist doch viel zu groß, das ist doch alles nicht zu schaffen. Aber irgendwie nehmt ihr das meistens sehr gelassen. Und jetzt bitte ich doch mal die Claudia, nicht die, Claudia, entschuldige, bitte ich doch mal Claudia auf die Bühne. Die hat sich nämlich hier bereit erklärt. Die kommt hier auf meinen Platz. Und vielleicht kann sie uns ja ein bisschen was dazu erzählen, warum die uns diese Situation gar nicht mehr schrecken. Ich muss dazu sagen, ich habe das gar nicht als David-gegen-Goliath-Situation wahrgenommen damals. Ich glaube, wir sind da so reingerutscht in diese Metro-Geschichte, also in die Stop-RFID-Kampagne und haben das gar nicht geplant, als wir kippen die jetzt oder so, sondern es hat sich in der Zeit entwickelt und es war eine Verkettung unfassbarer Zufälle. Genau. Vielleicht einmal ganz kurz sagen, es geht um die Stop-RFID-Situation, wo wir eben Claudia gebeten haben, um herzukommen. Tastatur. Ich reiche die Malung. Oh, Entschuldigung. Ich habe tatsächlich eben, als ich mich umgezogen habe, noch einen Stecker gefehlt. Wir haben auch noch welche im Shop, glaube ich. Ja, bestimmt. Aber Werbeblock Ende. Aber der sieht so schön schlecht aus. Ich glaube echt, das ist noch das Original, mit dem ich dann auch bei der Metro noch auf dem Journalisten-Seminar war. Einmal Fenster öffnen, bitte. Genau. Ich fange einfach mal an, die Story zu erzählen. Im Grunde fängt sie an im Herbst 2003, als wir den Big Brother Award an die Metro vergeben haben für den Test-Supermarkt Future Store in Rheinberg, wo sie RFID getestet haben, also so kleine Computerchips als Preisetiketten, die, wenn sie angefunkt werden, eine eindeutige Nummer zurückschicken und das kann mit der Datenbank im Laden abgeglichen werden. Und da ist einfach die Gefahr, dass das früher oder später dazu führt, dass man auch die Daten der Kunden hat. Zum Beispiel, wenn die dann mit einer Kreditkarte bezahlt haben, kann man ja genau diese Ware, diesen einen Karton, diesem einen Kunden zuordnen. Das war so die Grundidee. Und da haben wir schon einen ungewöhnlichen Text beschrieben damals. Das war nicht die übliche Laudatio, so mit der Big Brother Award geht an und so, sondern das war eher so ein Zukunftsszenario, was mit RFID alles denkbar ist. Der hat auch ziemlich eingeschlagen. Der ist übernommen worden von Zeitungen, von großen Zeitungen und so. Marion Z. Genau. Findet ein Bußgeldbescheid in ihrem Briefkasten. Genau. Und die haben es gehasst. Die Industrie hat es gehasst, diesen Text. Der ist natürlich auch noch nachlesbar auf bigbrotherawards.de. Und irgendwie war klar, wir müssen noch was mitmachen. Und dann habt ihr Catherine Albrecht ausgegraben aus den USA. Eine Aktivistin gegen RFID. Gab es in Deutschland so noch nicht. Da waren wir die Einzigen, die das Thema so auf dem Schirm hatten. Und Catherine kam dann für einen Vortrag nach Deutschland. Und ich glaube, Rena, sie hatte gesagt, sie kommt nur, wenn sie den Future Store besichtigen darf. Nein, das war andersrum. Wir haben, um sie herzulocken, gesagt, hey, wir haben hier ein besonderes Zückerchen, denn in Deutschland gibt es RFID schon im Freilandversuch. Das gab es in den USA noch nicht. Und das hat sie natürlich total angepitzt. Ja, und dann hatten wir also am Sonntag eine Public Domain mit ihr angesetzt und gesagt, am Samstag fahren wir zusammen in den Future Store. Wir mussten die Zeit, die sie in Deutschland war, ja auch gut ausnutzen. Wir haben sie vom Flughafen abgeholt von Düsseldorf aus direkt dorthin. Und direkt nach Rheinberg. Genau, das heißt, man muss auch wissen, dass alles das, was ich jetzt erzähle, im komplett übernächtigten Zustand stattgefunden hat. Wir hatten alle drei Nächte lang nicht geschlafen, weil wir eine Amerikanerin da hatten, die hellwach war nachts und wir sie die ganze Zeit bespaßen mussten. Und trotzdem vielleicht oder deshalb, ich weiß es nicht, hat es dann so funktioniert, wie es funktioniert hat. Genau, wir haben den Supermarkt besichtigt. Wir haben uns endlos viel erklären lassen. Es war ein richtiger Tross von Leuten. Wir hatten Presse dabei. Die Metro hatte mehrere Leute aufgefahren. Es gibt Fotos mit, ich weiß es nicht, zehn Leute rund um einen Einkaufswagen irgendwie. Und wir haben das alles auch nur noch so ein bisschen im Wahn wahrgenommen. Es war so viel, was wir da erklärt gekriegt haben und welche Einkaufswagen mit Displays es gab und welche Möglichkeiten diese Nummer zu löschen, die auf den Chips ist. Und wie die Waage die Banane erkennt. Genau. Sachen, die wir gar nicht wissen wollten. Ja, aber eben auch viel Technik wirklich. Und wir haben es versucht, alles aufzunehmen, aber es war echt schwer. Und wir hatten einen ganzen Tross Leute auch vom Fibot damals dabei, die teilweise auch Langeweile hatten, was sich hinterher sehr ausgezahlt hat. Ja, und dann hatten wir am Sonntag die Public Domain mit Catherine und hatten ein kleines Gerät, mit dem wir auch zeigen konnten, wie das funktioniert. Also Ware auf, über dieses Gerät halten, dann springt hinten die Nummer um und dann eine andere Ware dahin halten. Und beim Umräumen von Paddelloon sagt jemand aus dem Publikum plötzlich, jetzt ist aber die Nummer umgesprungen, obwohl du gerade gar kein, gar keine Shampooflasche oder gar keine Packung in der Hand gehabt hast. Und dann hast du rumprobiert und im Endeffekt stellten wir fest, es gab einen Chip in der Kundenkarte. Also die Payback-Kundenkarte. Die Payback-Kundenkarte. Das hat tatsächlich jemand danach gefragt. Also wir haben halt gezeigt, hier Philadelphia-Käse und unterschiedliche Nummern von unterschiedlichen Päckchen von diesem Käse. Und dann fragt jemand, was ist denn mit der Kundenkarte? Und wir, dö, glauben wir nicht. Hätten sie uns ja gesagt, haben sie aber nicht. Bettina, du hast doch eine mitgebracht. Genau, Bettina, das waren nicht die Trumpskarten. Und dann haben wir die hingereicht und über das Gerät gehalten und dann sagt es kling und es kommt eine Nummer und wir haben es kaum fassen können. Und ich weiß noch genau, wie Kasselin dort sitzt und ich weiß nicht, 20 Sekunden lang nichts gesagt hat. Und dann hat sie gesagt, holy cow. Ja, also was sie dann gesagt hat, denke ich, war wirklich auch, das ist weltweit das erste Mal, das nachgewiesen ist, dass Kundenkarten mit RFID gechippt sind, was dann endgültig die Übertragung auf den einzelnen Kunden möglich macht. Das war heimlich. Ja, heimlich. Das hatten sie uns nicht gesagt. Wir haben uns das die ganze Zeit, bei allem, was sie uns gezeigt haben, hatten sie uns das verschwiegen und es ist nur rausgekommen, weil Bettina aus Langeweile sich eine Kundenkarte hat ausstellen lassen, weil sie nicht bei dem Trost dabei war, sondern mitgefahren war als Begleitung und hatte Langeweile und hat gesagt, Payback-Karte habe ich noch nicht, unterschreibe ich mal. Davon habe ich neulich auch nochmal also wirklich ein Zufall, völlig verrückt. Und dann, ja, haben wir an dem Abend noch miteinander gesprochen, auch mit Catherine und sie hat gesagt, das ist riesig, das können wir weltweit eigentlich als erstmalig im Grunde verkaufen und wir müssen jetzt was tun und dann haben wir die ganze Nacht durch überlegt und geplant, was wir tun und haben am nächsten Morgen bei der Metro angerufen und haben ihnen gesagt, wir wissen, dass ihr einen Chip in der Kundenkarte habt, wir wissen, dass ihr uns das nicht gesagt habt, wir brauchen eine Stellungnahme, weil wir nachmittags mit der Presse raus wollten. Und was Catherine auch am Sonntag noch gesagt hatte, war diese Chips in dieser Karte, die kann man röntgen. Also wenn ihr ein Röntgengerät habt, kann man sehen, dass dieser Chip da drin ist. Wir brauchen dieses Foto. Und ich habe damals beim WDR gearbeitet und hatte kurz vorher bei einem Röntgenarzt gedreht und habe dann gesagt, okay, gib mir die Karte, ich versuche das und habe morgens um acht diese Arztpraxis angerufen und der hat gesagt, das ist eine ziemlich beknackte Idee, aber wir machen das. Und habe dann auch noch, ja, uns das Ding geröntgt und man konnte das super gut sehen. Das war richtig nur so ein altes Film-Ding. Also es gab es alles auch noch nicht digital. Und wollte mir das auch mitgeben, hängt das so an so eine Wand. Und ich habe in dem Moment mit meiner alten Digitalkamera ein Foto davon gemacht. Das hat uns dann gerettet, weil am nächsten Tag ein Kamerateam dieses Röntgenbild geschmolzen hat. Ich habe gedacht, ich sterbe. Also die sagen, oh, das ist ja toll, haben es vor einen Scheinwerfer gehalten und es war sofort zerschmolzen. Und ich hatte dieses unscharfe, verwackelte Digitalfoto. Das hat uns dann im Endeffekt dann noch geholfen. Ja, und dann hatte ich auch für den WDR einen Termin an dem Montag, war im Auto unterwegs, habe gesagt, ey, ich bin nicht mehr da. Mein Handy ist aus. Das war ja jetzt schon 2004, da hatten wir Handys. Mein Handy ist aus. Ich muss jetzt auch mal raus hier irgendwie nach zwei Nächten. Catherine hat bei mir geschlafen. Also bei mir war besonders wenig Schlaf und bin dann weggefahren und kam wieder und sah nur einen Anruf auf dem Handy und es war Rena, die dann sagte, wir haben ein Problem. Die Metro hat reagiert und die haben uns ein Foto geschickt von so einem DVD-Ständer, auf dem draufsteht, dass es einen Chip in der Kundenkarte gibt, weil man damit so Trailer von über 18 Filmen freischalten konnte. Und ich bin mir so sicher, dass diese Aufkleber da nicht waren am Samstag. Ich bin mir total sicher, aber wir können es jetzt nicht mehr ändern. Wir haben jetzt dieses Foto. Abgesehen davon ist natürlich völlig beknackt den Hinweis auf, da ist ein Chip in der Kundenkarte am DVD-Regal anzubringen. Aber nicht da, wo man die Karte kriegt. Ja, ja. Naja, aber... Genau, ja, und dann habe ich noch im Auto gesagt, ich glaube, ich habe ein Foto gemacht von diesem DVD-Ständer. Lass mich nach Hause kommen und dann gucke ich mal. Und zwar war das so, weil wir in diesem übermüdeten Zustand im Supermarkt waren, dass ich glaube, sogar Rena mir gesagt hatte, die haben da so Monitore, wo man sich Trailer angucken kann. Wir haben beide Medienpädagogik studiert. Und dann habe ich gedacht, ich verstehe gerade nicht, was das ist mit dem Monitor. Aber Rena hat gesagt, das ist wichtig, ich mache mal ein Foto. Wirklich. Mit einem Kind dabei. Mit Kind dabei. Und du hast die Erlaubnis vom Vater, es zu fotografieren und zu verwenden. Voll professionell. Also wirklich im Tran. Ich hatte keinen Schimmer, wohin uns das bringt. Und dann hatten wir diese Fotos und wir konnten anhand der DVDs in diesen Ständern auch noch zeigen, dass es wirklich nur zwei oder drei DVDs den Platz getauscht hatten von Samstag auf Montag, aber dass sie ab Montag etwas dahin geklebt haben, um uns zu entkräften. Und dass das am Samstag noch nicht dahin. Und damit haben sie wirklich ganz dumm gelogen. Und das war das Ding, was sie wirklich gekillt hat. Und das war auch ehrlich gesagt das, was mich am meisten motiviert hat. Also ich habe viel erlebt beim WDR, aber zu wissen, da ist eine Profi-Pressestelle, die mich blank anlügt, das hat mich so wütend gemacht, dass ich halt auch am Dienstag, als Catherine dann irgendwie schon wieder im Flieger saß und weg war, gedacht habe, ey, ich will, dass wir diesen Laden zumachen. Ich habe nicht gedacht. Stimmt, du warst ziemlich an. Ich war sting gesaugt. Wir hatten irgendwie das Gefühl, du wolltest jetzt nur noch gegen Metro und gegen RFID arbeiten. Wir sagten, nee, nee, es gibt noch andere Themen, aber da mussten wir echt manchmal ein bisschen so die Zwiebel anziehen. Ja, und es war auch so, dass wir an dem Dienstag danach, wo dann unser Vereinstreffen war und darüber gesprochen haben, mehrere Leute mit am Tisch hatten, die bei der PD gewesen waren und das erste Mal auftauchten in einem unserer Treffen. Und alle durch diese Entdeckung der Kundenkarte an dem Abend dann irgendwie auch motiviert waren, zu kommen. Und ja, insofern hatten wir dann den Schwung, zu sagen, wir machen das jetzt. Also wir waren zehn, zwölf Leute oder so? Ja. Also nicht die Massen, also wirklich wenige. Wir hatten 60 Mitglieder. Der Punkt, wo du sagst, so brutal angelogen zu werden, das ist echt eine neue Erfahrung. Wir haben dann ja eine Presseerklärung gemacht und haben die zwei Fotos nebeneinander. Also Metro behauptet, sie würden am DVD-Regal hinweisen, tatsächlich am Samstag, Foto am Montag. Und ich habe dann mit Journalisten telefoniert, unter anderem mit der Zuständigen für den Bereich Handel von der Financial Times. und ich sagte zu ihr, Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber dieser Pressesprecher, der hat mir einfach ins Gesicht gelogen. Also ich bin fassungslos. Die Frau von der Handelsredaktion sagt, ach, wissen Sie, ich habe mit dem Thema Handel täglich zu tun. Ich werde täglich von Pressesprechern angelogen. Ich glaube Ihnen. Und dann ist ein großartiger Artikel in der Financial Times erschienen, wo das Thema zerpflückt wurde. Und das führte dazu, dass später es auch in den ARD-Börsennachrichten stand, um den sinkenden Kurs der Metro zu begründen. Wir haben es gerade auf dem Schirm, das war schon online. Metro-Sprittene Chipkarte. Also wenn wir damals schon gewusst hätten, was Put-Optionen sind und gerne Casino gespielt hätten, hätten wir vielleicht den Fürboot ein bisschen finanzieren können, auf den sinkenden Kurs der Metro zu wetten. Aber wir sind gerade ein Stück zu weit vorgegangen, weil davor gab es nämlich noch etwas, nämlich wir haben eine Demo gemacht. Das sieht man auch da. Das, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, aber vielleicht ein bisschen. Das Bild ist das, was um die Welt gegangen ist, was in den USA und in Australien gedruckt worden ist von der Demo, die Deutschen protestieren gegen RFID. Da sind noch Freunde von mir drauf, die mit uns gar nichts zu tun haben, die nur in der Nähe von Düsseldorf wohnen und uns besuchen wollten. Aber eben auch viele Fürboot-Mitglieder und Menschen, die einfach nur aus dem Internet kannten oder aus dem Heiseforum. Aus dem Heiseforum. Also da haben sich wirklich das erste Mal, glaube ich, wirklich Leute auf der Straße versammelt, ohne dass es jetzt so ein großer Demo-Auftrag war. Im Schnee-Chaos. Also wir konnten nicht mit dem Auto fahren. Und das habe ich auch noch mitgebracht. Wir haben danach aus Spaß mal den Metro Future Store mit Demo auf Postkarten gedruckt. Das waren unsere Weihnachtspostkarten in dem Jahr. Das hat uns bekannt gemacht. Das war als Lebkuchenhäuschen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, und dann gibt es noch eine Nachfolge-Geschichte, die dann im nächsten Jahr passierte. Eine, die ich ganz kurz noch erzählen kann. Und zwar habe ich... Achso, Moment. Das Ergebnis muss man noch mitteilen. Das Irre... Ja, wir haben uns durchgekämpft. Wir sind mit Regionalbahnen gefahren. Man sieht ja auf dem einen Bild, auch da wurde ein Schneemann gebaut. Man muss noch dazu sagen, das war ja ein weltweites Event. Und das Spannende war, dass für Leute in den USA das unglaublich war, dass Leute etwas so schlimm finden, dass sie in einem Schneechaos demonstrieren gehen. Also das hat dem Ganzen noch mal viel mehr Gewicht gegeben. Ja, wir waren schon ziemlich gut. Und wir haben das eben durchgezogen, diese Demos. Es waren 50 Leute, die durch Rheinberg gezogen sind. Ich weiß noch, eine Frau aus Rheinberg kam zu uns und sagte, ihr demonstriert gegen den Laden. Ich bin euch so dankbar, weil die ganze Zeit erzähle ich meinen Nachbarn so, da gehen unglaubliche Sachen vor. Die machen Dinge, wenn die durchkommen und über sind, die werden mit uns mitspielen und die halten mich alle für verrückt. Und dadurch, dass ihr jetzt da seid, als ganz normale Menschen, die jetzt halt demonstrieren, war eher so, wir haben sie halt abgeholt. Genauso wie wir eben viele Leute aus dem Heiseforum auch jetzt endlich mal merken, da sind mehr Leute. Ich bin nicht allein mit diesen Bedenken, die wir da haben. 2004 war Datenschutz jetzt noch nicht so das fancy Thema. Und das sehr Schöne war, dass Metro aufgrund der Demo uns dann einen Brief geschrieben hat, dass sie alle Payback-Karten austauschen und nie wieder ein Chip da hinein tun werden. Also wirklich auf, werden sie nie wieder tun. Sie haben einen Fax geschickt und haben geschrieben, dass sie wegen der emotional aufgeheizten Stimmung die Karten zurücknehmen und dann Karten ohne halt dagegen austauschen. Natürlich nicht aus irgendeinem sachlichen Grund. Und das heißt, wir haben einen Sieg erreicht, also wirklich Sieg, darf man jetzt mal sagen. Und das für mich war das so ein Punkt, als ich dann gesehen habe, wie viele Leute uns gratuliert haben, gesagt haben, oh toll, auch gesagt haben, man kann ja doch was erreichen und dann eben auch sich engagiert haben, weil dieses, es hat ja doch alles keinen Sinn, plötzlich weg war, sondern für mich war das Wichtigste an dieser Geschichte, wirklich Leuten zu zeigen, man kann etwas erreichen, hartnäckig sein, dauerhaft sein, gut recherchieren, also nicht einfach nur rumprolegen, wie ich das manchmal mache, sondern wirklich sich auskennen und vorangehen. Und das hat, glaube ich, für die Datenschutzbewegung war das ein Meilenstein. Ein Meilenstein, auf jeden Fall in Deutschland oder Europa. Man muss sich klar machen, wir waren halt circa 60, 65 Mitglieder im Föhrgut und Metro war der drittgrößte Handelskonzern weltweit und Handelskonzerne arbeiten wirklich mit harten Bandagen und wir haben sie geschafft. Ja, und dazu noch die Abschlussgeschichte von mir jetzt. Catherine hatte an dem Sonntag gesagt, wenn ihr euch mit denen anlegt, dann passt auf, weil das ist gefährlich. Seht zu, auch auf lange Sicht, dass ihr eine saubere Weste habt. Bezahlt eure Putzfrau, meldet sie an, macht eure Steuererklärungen, also lebt ein Leben, das keine Angriffspunkte bietet, wenn ihr euch mit solchen großen Playern anlegt. Und wir haben das damals für ziemlich übertrieben gehalten. Wir haben gesagt, oh Gott, diese theatralischen Amerikaner. Aber genau das ist dann anderthalb Jahre später tatsächlich passiert. Und zwar gab es ein Seminar der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema RFID, das komplett von der Metro gesponsert war mit Besuch im Future Store und so weiter und so fort. Auf diesem Seminar habe ich dann, als wir das mitgekriegt haben, irgendwann gesagt, ey Leute, das ist ein Journalistenseminar. Warum melde ich mich da nicht eigentlich an? Und habe das gemacht. Bin da gewesen, habe natürlich da nicht rum irgendwie aktiviert oder so, sondern habe mir das alles erklären lassen und zeigen lassen. Habe auch mich eigentlich mit keinem Journalistenkollegen jetzt kritisch unterhalten oder irgendetwas, sondern es gab ein Missverständnis in einer Vorstellungsrunde, wo jemand anders gesagt hat, ich bin hier als U-Boot der Landeszentrale für politische Bildung und aus dieser Sitzung ist irgendetwas an die Metro getragen worden. Ich hätte damals gesagt, ich wäre ein U-Boot als Füllboot und das stimmt gar nicht. Also ich habe mich da einfach nur vorgestellt als Journalist, denn ich arbeite für den WDR, aber der Transparenz wegen sage ich, dass ich auch beim Füllboot mitarbeite, aber das hat hier nichts zu suchen. So, das war meine Aussage und das ist falsch verstanden worden von der Metro, hat die Metro dann aber dazu gebracht, einen Brief zu schreiben, den wir jetzt nicht direkt in die Kamera halten, im April 2005, also 15 Monate danach oder 12 Monate nach der Demo, an die Studioleitung im Studio Bielfeld, in dem ich gearbeitet habe, in dem sie sich kritisch äußern oder besorgt äußern über den Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn ich dort arbeiten darf, weil ich doch Aktivistin bin und deswegen als Journalistin eigentlich nicht mehr tragbar. Und sie haben nicht nur diesen Brief geschrieben, sondern sie haben auch das Foto mitgeschickt, wo ich mit Paddellun auf der Demo stehe und unsere Laudatio vorlese, die es ja auch im Internet gab und so weiter, also die auch überhaupt kein Geheimnis war, aber dass ich da als Lesende mit auftauche, ich glaube, Rena, du warst heiser und konntest nicht, deswegen bin ich eingeschwungen. Ich habe Pressearbeit zu Hause gemacht. Ach stimmt, du hast Pressearbeit zu Hause gemacht. Auf jeden Fall haben wir das vorgelesen, dieses Foto wurde mitgeschickt und das war dann so, dass ich abends ins Studio kam, es war eine Abendveranstaltung bei uns, eine Kulturveranstaltung im Studio und mein Chef sagte, komm mal morgen, komm mal mir vorbei. Und ich habe gesagt, habe ich was angestellt? Und er sagte dann, nee, ich glaube nicht, aber du wirst dich umgucken. Und dann hat er mir diesen Brief vorgelesen, wo sie eben im Grunde davon ausgehen, dass ich auf diesem Sender nichts mehr zu suchen habe und mein Chef hat darauf sehr engagiert reagiert und also er hat bemündlich etwas gesagt, ich habe es eben nochmal nachgelesen, es steht in dem Brief so leider nicht drin, aber er hat gesagt, wenn die sagen, sie machen sich Sorgen um den Zustand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wenn ich da arbeiten darf, und dann macht er sich Sorgen um die Metro, dass sie es nötig haben, eine Lokaljournalistin, so anzugehen. Der Punkt ist, es hätte mich meinen Job kosten können, wenn ich nicht eine saubere Weste gehabt hätte und mit meinem Chef zusammen wirklich ein gutes Verhältnis gehabt hätte. Der war auch unglaublich cool, ich kenne es, Michael Tam und ein fantastischer Mann gewesen und so Leute wünsche ich mir auf Intendantenposten. Mit dem Rückgrat. Ja, aber es war halt wirklich auch so, dass ich sobald ich zum Beispiel eine Tagesreportage über einen Schulhof mit Videoüberwachung machen musste, immer gesagt habe, sorry, kann ich nicht, ich bin beim Fürbut, ich bin Partei, alles, was mit Datenschutzthemen zu tun hat, kann ich hier im Laden nicht machen und das war oft nervig, das haben meine Kollegen gar nicht gut gefunden, nach dem Motto, ja gerade, weil du doch weißt, worum es da geht und ich habe das immer abgelehnt und das hat mir im Endeffekt den Hintern gerettet. Dadurch konnte ich dann auch bleiben und wir haben dann auch kurz überlegt oder du hattest, glaube ich, in deinem Telefonat dann mal gesagt, bring mir den Brief, da machen wir was draus, eine Pressekampagne und ich habe gesagt, nee, was mich jetzt gerade schützt, ist der Abstand und das haben wir dann auch durchgehalten. Also ich habe von diesem Brief auch bis heute noch nie öffentlich erzählt. Michael Tam hat tatsächlich dem Journalist, also dem Medium, mal ein Interview dazugegeben. Ach ja. Ja, zwei, drei Jahre später und tatsächlich war ich zu der Zeit im Kontakt mit Monitor und ein Monitor-Redakteur hat mich darauf angesprochen. Der hat gesagt, sag mal, letzten Monat im Journalisten die Story mit der Metro warst du das. Obwohl es keinen Hinweis auf mich gab. Aber das spricht sich ganz schnell rum und das ist wirklich etwas, was einen einfach ganz schnell den Kopf kosten kann. Also das war mit Sicherheit keine Frage nach dem Motto, du bist doch die mit der roten Jacke, sondern der hat es gefragt, um zu gucken, wie ich reagiere. Das heißt, auch Jahre später hätte das schlecht für mich ausgehen können, wenn ich damals was falsch gemacht hätte. Also von daher, legt euch mit den Goliaths an, aber passt gut auf euch auf und habt eine saubere Weste. Das habe ich aus dieser Nummer gelernt. Das reicht mir da in diese Kameralinse hinein, weil das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr notwendig ist. Gerade wenn man Dinge macht, die ganz bewusst man auch Übertretungen macht. Ich darf mal erinnern, wir kommen zu dem Thema Mailboxen, man zum Beispiel mit illegalen Geräten arbeitet und man sagt, nee, das machen wir, weil es ist richtig, das zu tun. Auch gerade dann braucht man eine saubere Weste. Sollte man keine anderen Sachen rumliegen haben. Man sollte keine bösartigen Dinge tun, sondern sie sollten immer für Frieden und Weltzustand und so sein. Was für mich einfach die größte Lehre aus dieser Metro-Geschichte war, war einfach, dass der Zufall einfach wirklich häufig die besten Geschichten schreibt. Das hätten wir mit Arbeit nie erreichen können, sagen, wir haben den Zufall verwandelt. Das war immer noch viel Arbeit, aber ich glaube, wenn man das als Drehbuch irgendwann mal so wie so ein Edward-Snowden-Film oder so verfilmt, dann sagen alle... Völlig olympialistisch, ja. Aber die Verkettung von Zufällen, von Kundenkarte und Chip und Langeweile gehabt und hinterher noch tatsächlich die Sachen im Foto, die man nicht gedacht hätte. Ich glaube, wir erzählen das auch, um darzustellen, wie wichtig dieser Zufall ist, weil ganz viele Dinge haben uns aufgrund von Konsequenz und Magie, die es nicht gibt, aber trotzdem funktioniert, immer wieder dahin geführt, dass wir auch Zufälle erzeugen können. Dass man sie erkennt und die Gelegenheit ergreift, ich glaube, das ist der Punkt. Sie ist weniger esoterisch als ich. Genau, bevor Lena jetzt gleich der Kopf explodiert, weil wir zehn Minuten überzogen haben, gebe ich das Mikro wieder ab. Okay. Vielen Dank, Claudia. Ja, vielen Dank, Claudia. Das war wunderbar. Und übrigens diese Geschichte mit René hat gesagt, das ist wichtig, also mache ich es mal. Das kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Und meistens hat sie recht. Also im Nahen stellt sich das dann raus. Und insofern auch mal was zu machen und drauf loszuarbeiten. Ich setze mich jetzt mal wieder nach da drüben. Ja, fein. Auch einfach mal drauf loszugehen und sich nicht gleich von irgendwelchen Zweifeln abhalten zu lassen. Und dann kann man mit 50 Personen den Metro-Konzern in die Knie zwingen. Ja. Das ist doch mal eine gute Nachricht. So, jetzt machen wir wieder einen kleinen Sprung zurück und kommen mal wieder zum Kongress. Und zwar, Rena, du warst ja eine der ersten Frauen auf dem Kongress. Ja. Wie waren das so? Zwei. Zwei gab es, ne? Ja. Die andere war Uschi. Ursula Wetzel aus Frankfurt, mit der ich immer noch in Kontakt bin. Ganz großartig. Padelun und ich kamen beim Kongress an. Wir trugen unsere grauen Kisten, die wir immer noch haben, mit irgendwelchem Kram. Ich glaube, wir hatten... Atari. Ja, ja. Atari, Rechner und Kram. Und ich glaube, wir hatten so schwarze Wollmasken, die wir aus Kanada, weil es dort echt kalt ist in Winnipeg, hatten wir und kamen also voll maskiert am Eingang an und dann machten Leute die Tür auf und sagten, Hallo, Rena! Hallo, Padelun! Und er ist sofort erkannt. Ich fühlte mich sofort wohl, weil ich dachte, hey, tolle Szene, das ist doch klar, hier muss ich sein. Und dann beim Rumlaufen habe ich mich dann ein bisschen gewundert und dachte, wo sind denn die Frauen? So, da waren 350 Jungs und ich habe dann noch eine Frau getroffen und Uschi, großartige Frau, aber sie hat dann das Chaos Café gemacht. Sie hat Vollwertbrötchen gebacken. Frauen in die Küche. Ja, und das war der Moment, wo ich mir geschworen habe, also ich koche ausgesprochen gerne, und auch für viele Leute gerne, aber das war der Punkt, wo ich mir geschworen habe, beim Chaos Kongress werde ich nicht in der Küche arbeiten. So, und ich habe mich dann gefragt, warum kommen die Frauen nicht und wo bleiben die, was hält die ab? Wissen die nicht davon? Haben die Sorgen, dass sie sich da nicht gut genug auskennen, dass sie da anerkannt werden oder was ist es? Und dann habe ich versucht, Frauen einzuladen zu dem Kongress aus Bremen von der Uni. Da gab es nämlich so ein Projekt bei der Gesellschaft für Informatik. Frauenräume, Computerwelten haben die auch so ein Buch geschrieben. Ich bin dann extra nach Bremen gefahren, um die Frauen einzuladen für den darauf folgenden Kongress. Dann stellte sich raus, die, erstens haben Frauen dann zwischen Weihnachten und Neujahr richtig viel zu tun für Familie, ganz oft. Das andere war, die hatten ein bisschen Sorgen, dass sie dann vor 350 feixenden Computerfreaks irgendwie da stehen und Leute sie auslachen und irgendwie, dass das nicht gut funktioniert. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ihr nicht wollt, dann mache ich das selber. Und dann haben wir einen Workshop halt einfach mit ins Programm geschrieben. Wir haben Einladungen damals auch verschickt für den Chaos-Kongress. Wir haben uns richtig reingehängt und mit organisiert und Leute gewonnen, dort Vorträge zu halten und so. Und dann stand da eben ein Hexen-Workshop und war dann auch erklärt in der Presseankündigung und so. Und zack, waren Frauen da. Hexe? Hacker und Hexen. Das hatten wir schon tatsächlich bei der fünften Public Domain in der Einladung stehen. Habe ich erfunden? Ja, tatsächlich. Also da gibt es noch einen auf Atari mit Signum. Ausgedruckt, ja. Ausgedruckt mit dem neuen Nadeldrucker. So ein Einladungszettel. So ein Einladungszettel. Und da stand an Hacker und Hexen. So, also Hexen-Workshop und da waren dann tatsächlich tauchten Frauen auf, die dann an der Stelle eben gesehen haben, ja, ich bin mit gemeint. Ich bin eingeladen und das war faszinierend, wenn ich das kurz noch erzählen darf. Ich habe dann einen Workshop gemacht und habe dann einfach alle gefragt, was macht ihr denn am Rechner? So, ich bin neugierig und dann sagt eine, ja, ich mache nur Grafik auf dem Mac und eine andere sagt, nee, schreib Texte. Also nur so. Und eine dritte sagte dann, ich kann nur Unix. Ach, nur. Und dann sagte ich, halt, stopp. Moment. Hört ihr euch eigentlich mal selber zu, was ihr da gerade sagt. Wenn jetzt ein Typ hier sitzen würde, der würde sagen, ich bin der totale Krecke in Unix und alle anderen Betriebssysteme sind scheiße. ist das so? Und das war wirklich so ein Augenöffner und wir haben dann sehr viel drüber gesprochen, was nervt. Und das eine war, viele Frauen sagten, Männer können schlecht Technik erklären, also, oder sie geben sich keine Mühe. Wenn ich frage, wie funktioniert denn das? Ich komme da gerade nicht weiter. Dann sagt mein Freund nicht, probier doch mal das und das. guck mal in dem Menü oder gib mal folgenden Befehl ein, dann kannst du das rausfinden oder Manual oder irgendwas, sondern der schnappt sich meine Tastatur und sagt, lass mich mal gerade, anstatt zu erklären. Und dann haben wir uns gesagt, ich habe bei diesem Hexenworkshop Barbara Töns kennengelernt aus Hamburg, damals noch aus Berlin und wir haben dann gesagt, wir machen dann mal die Probe auf Exempel und dann fragen wir doch einfach mal, Hacker, bitten Sie uns, ein Technikthema zu erklären. Und das haben wir dann gemacht beim COCON. Das war der Kongress, der erste Kongress, der nach einem Kongress zum üblichen Zeitpunkt, also zwischen Weihnachten und Neujahr, dann im Februar des kommenden Jahres lief, nämlich nach dem Mauerfall. Also 1990, im Februar, gab es den ersten Kongress in Ost-Berlin im Haus der jungen Talente, hieß das, sehr abgefahrener Name. Und dort haben Barbara und ich zweieinhalb Stunden gefilmt, also zweieinhalb Stunden Material aufgezeichnet und daraus haben wir acht Minuten Videoclip geschnitten und Lena und ich haben den letzte Nacht noch auf fünf Minuten etwa gekürzt und den zeigen wir euch jetzt. Da sind eine Menge wichtiger, spannender, bekannter Leute drin. Werdet ihr sehen, wir haben uns gestern auch noch die Mühe gemacht, ihn zu untertiteln, damit ihr die Namen, damit ihr die Leute wiedererkennt. Ja, also einige kennt man auch vom Namen nicht mehr so, nur die Leute, die halt schon früh dabei waren, kennen die noch. Also das sind die, die auch den Chaos-Computer-Club einfach auch angeschoben haben und auf deren Schultern wir heute noch rumstehen, wir alle, ja. Ja, dann gucken wir uns den doch jetzt mal an, die gekürzte Fassung. Film ab. Die langen Versionen gibt es übrigens auch auf unserer Peertube, wer die dann komplett sehen möchte. Digital Courage. Video. Film ab. Ja, Ja. Ja, jau. Oh, oh Gott, oh Gott. Ist gar nicht so einfach. Ne, ist gar nicht so einfach. Kannst du das machen? Moment. Warum willst du das wissen? Ne, ich frag das alle einfach so. Das Feuerzeug wird schnell heiß. Den Drucker treibt den Drucker. Ne, also irgendwie. Aber wie erklärt man das jemandem? Da ist die Kamera. Nein, natürlich nicht. Ach so. Kannst du, willst du die Kamera nicht? Na, jetzt gleich noch nicht. Das ist aber nicht irgendwie so wie aus Frühstücksfernwetter. Nein. Ne, weiß ich nicht. Drucker treiber sind so, sie tangieren meine Interessenlage nicht so. Hm, Drucker treiber. Oh, das ist so schwierig. Keine Ahnung. Der Drucker treiber ist ein Programm um ein Textverantwortungsprogramm. Ne, ich bin Drucker treiber. Also ich meine, entweder das ist ein Teil von einem Textverantwortungsprogramm, das dir hilft, dass du einen Drucker ansteuern kannst oder es ist ein eigenständiges Programm, das dir hilft, Daten an einem bestimmten Drucker zu senden. Was zum Drucker treiber? Also ich habe es mittlerweile aufgegeben, Druckerformel zu treiben. Ein Drucker treiber? Das ist einer, der steht hinter dem Drucker mit einer Peitsche und sagt, Hü, Drucker, Hü. War das jetzt irgendwie verkehrt? Also jetzt mal, das ist so etwas Ähnliches wie auf dem Galerenschiff einfach der Trommler. Drucker treiber, das ist ein triebhafter, ein triebhafte Software. Hm, hm, hm. Irgendwie Zwischendink zwischen Computer und Drucker. Meistens Software ist es. Aber genau bei uns ist es auch nicht. Was, du musst du mitzunehmen? Wie? Die Prozesse überhaupt da? Ja, manche Programme, sie schreiben, sie haben einen anderen Code, sie haben einen Drucker, sie haben einen Drucker. Du musst hier dem Drucker sagen, dass wir den Scheißer ausdrucken. Sag mal, was ist an der Wahrheit eigentlich so komisch? Übersetzt, die Ausführer, ein Programm, egal was für Ausführer, in was für Format, er zahlt ein bestimmtes Format vom Ausführer von einem Programm in ein bestimmtes Eingangsformat von Daten für einen bestimmten Drücker. Das ist ja ein Drücker-Treiber. Das hört sich spannend an. Keine Ahnung, was das ist. Ein Drücker-Treiber übersetzt ein bestimmtes Ausgangsformat ein Programm in ein bestimmtes Eingangsformat für einen bestimmten Tipp von Drückern. Ein Drücker-Treiber ist ein notwendiges Teil, das du benötigst, eine notwendige Information, sprich also Software, die du benötigst, um deine Bits und Bytes in einer richtigen zutreffenden Form so auf den Drucker zu bringen, dass genau das Fabrikat XY damit arbeiten kann. Dazu gibt es den Drucker-Treiber. Er fällt sich zur einen Seite zum Programm, was abläuft, immer gleich. Das Programm sagt, Fett drucken, dann weiß der Drucker-Treiber, er soll jetzt Fett drucken und tut dann, was er mit seinem Drucker tun muss, damit dieser Drucker Fett druckt. Informationen an Drucker übertragen werden, wenn da zum Beispiel was Fett gedruckt werden soll, dann muss es einen Drucker-Treiber geben, der weiß, wie man dem Drucker sagt, dass er Fett gedruckt, nee, dass er Fett drucken soll, haben, werden gewillt. Und ja, also... Auch hier dann gibt es da noch irgendwie sowas wie die Umlaute, die müssen da auch alle stimmen. Und wenn da irgendwelche Probleme in der Art sind oder aus dem Drucker überhaupt nichts kommt, dann ist das zumeist der Drucker-Treiber. Ich habe ein bestimmtes Programm, meistens Textverarbeitung oder Grafikprogramm, den mit speziellen Drucker ansprechen kann. Also für verschiedene Drucker gibt es verschiedene Drucker-Treiber, damit der Drucker trotzdem ansprechbar ist vom Programm. Und ich bin super, aber... Nee, ich habe keinen Drucker. Okay, das war alles gemeint. Nächste Frage. Ich habe im Moment eigentlich keine Frage mehr. Was hast du noch eine Antwort? Das ist ja, was ist ja... Ich nehme an, ich habe langsam den Ahnung, ihr wollt also hier irgendwie vorführen, dass Computerfreaks alle so ein bisschen inkompensent und irgendwelche hochtragenden Fachwörter benutzen, aber nicht erklären können. Wahrscheinlich selber nicht wissen, was sie eigentlich bedeuten. Ich konnte mich doch erfolgreich wehren. Ich habe meine informatorische Selbstbestimmung gewahrt. Ja, so ist es. Ja, ähm... Jetzt wissen wir alle, was ein Druckertreiber ist. Jetzt wissen wir alle, was ein Druckertreiber ist. Oder auch, wie das... Jetzt läuft es wieder von vorne los, ne? Drück mal Pause. Ja, okay. Ah, egal. Jetzt wissen also alle, was ein Druckertreiber ist. Und vor allen Dingen haben, glaube ich, jetzt einige von uns eine Vorstellung davon, warum das nicht ganz einfach war, in Erfahrung zu bringen oder sich irgendwie so Technik-Sachen erklären zu lassen. Weil da gab es doch schon ziemlich viele Äs und Ös. Also einige wussten es einfach nicht und versuchten es zu überspielen oder Scherze zu machen darüber. Andere haben sich richtig Mühe gegeben. Also Pengo oder Rob zum Beispiel haben schon sehr ernsthaft geantwortet und versucht, das auch verständlich auszudrücken. Wirklich klasse. Und andere haben halt irgendwelchen Unsinn geredet. Und als ich es beim Schneiden vor und rückwärts mir dann immer wieder angeguckt habe, um dann Sachen zu schneiden im Studio, damals noch, das war noch auf O-Matik, dann in einem Studio vom DFFB, dann ist mir aufgefallen, dass Stefan Weihrauch immer, wenn er mit Barbara gesprochen hat, die eine Augenbraue hochgezogen hat. Und wenn er mit mir gesprochen hat, die andere Augenbraue hochgezogen hat. Barbara Blond und mit Kamera und die kannte er noch nicht und wusste nicht, dass sie eine coole Programmiererin ist. Und mich kannte er schon und wusste, oh Vorsicht, ernst zu nehmen. Barbara Koboll. Genau. Barbara hat später Generationen vor dem Jahr 2000 noch schnell eine Einführung gegeben, damit sie die Jahr 2000-Katastrophe abwenden konnten. Aber jetzt springen wir noch mal ein bisschen zurück in der Zeit. Den Feminismus habt ihr zwar immer wieder an verschiedenen Stellen auch eingebracht, so auch, naja, noch nicht, aber Zeitsprung zurück nach 1989, habe ich hier stehen, da seid ihr unter die Internetprovider gegangen dann. Oder? Kann man das so sehen? So würde ich das nicht nennen. aber, ja, da sieht man die Bionic. Also, das waren Vorläufer. Also, ich erkläre manchmal Leuten, was wir damals gemacht haben, dass ich sage, naja, wir waren sowas wie Internetprovider, natürlich Kokolores. Wir haben ein Mailbox-System betrieben, also ein Storm-Forward-System, wunderbare Software. Bionic haben wir es genannt, Bielefelder Mailbox AG, Bielefeld auf Schip oder wie man es nennen möchte. Und schon mit einer... Aber auch, weil wir wollten, dass das eine gewisse Art Eigenleben entwickelt, also, dass es so ein bisschen was Organisches halt aus der Technik kommt. Da höre ich da schon wieder den Rahmenbau raus. Genau. Ja. Und wir wollten halt, wir haben halt drüber nachgedacht, es gab halt ganz viele Leute, die halt aus Technikbegeisterung so eine Mailbox-Aufhäuser sich hingestellt haben. Da haben wir uns auch durchtelefoniert natürlich. Wir hatten sehr frühen Mode und weil wir uns mal verhört haben, ich habe 50 Euro gehört und wirklich sollte es 350 kosten. Nein, D-Mark natürlich. Wir waren bettelarm. Da mussten wir es kaufen und dann hatten wir es und haben uns durch Mailboxen durchtelefoniert und haben halt, ja, wir fanden das ganz faszinierend und es hat auch Spaß gemacht, da zu schreiben. Aber was dann wirklich ganz, ganz spannend war, war dann eben zu sagen, wir wollen ein eigenes System auch installieren. Wir wollen mal ausprobieren, was man damit wirklich machen kann, statt nur Technikdiskussionen oder Programme runterladen. Also wir haben jetzt nicht viel Programme, also wir waren jetzt keine Raubkopierer, wie das sonst viele gemacht haben, sondern es hat uns nicht interessiert. Das waren Texte, es wurde diskutiert. Wir wollten, dass kommuniziert wird. Wir wollten rausfinden, wie geht man damit um. Wir haben als erstes Mal dieses, der Sysop, du kannst als User den Sysop anschatten. Das haben viele gemacht, weil sie dann nebenbei halt gechattet haben. Wir hatten aber anderes zu tun. Die Leute sollen vielleicht dann mit dem Rechner kommunizieren und dort und mit anderen Menschen, aber jetzt nicht mit uns, weil wir uns da auch ganz rausnehmen wollten. Wir waren die Systemputzfrauen im Grunde. Und diese Mailbox, also was wir da gemacht haben, wir haben das so als unseren Bielefeld-Versuch gesehen. Wir wollten halt rausfinden, also uns war klar, diese Art Kommunikation wird die ganze Welt durchdringen. Das wird einfach sein. Da können die Leute sich noch so gegen wehren und Modems in Faxgeräte einbauen, um nicht zu merken, dass sie auch eine Datenfernübertragung machen. Das wussten wir einfach. Wir wollten rausfinden, wie muss man damit umgehen? Weil es gab erst die Dienste, die waren sau teuer. Die haben eine Nachricht verschicken, 20 Mark gekostet oder so. Also völlig gaga. Es gab ein professionelles System, das hieß Geonet. Genau. Und das sah von der Oberfläche her ziemlich ähnlich aus, wie das, für das wir uns entschieden haben. Vielleicht umgekehrt. Unseres sah sehr ähnlich wie Geonet aus. Ich gehe jetzt einfach mal von uns aus, aber Geonet war sicher der Vorläufer. und man sieht hier ja, es ist einfach Text auf Monitor und man konnte einfache Befehle eintippen, deutsche Worte lesen, senden und so weiter, die man auch mit einem Buchstaben oder zwei halt abkürzen konnte und konnte damit halt nach kürzester Einlernzeit, konnte man damit recht virtuos umgehen. Es gab auch eine grafische Eingabemöglichkeit, das war auch schon mit drin. Hypertext ähnlich. Ja, aber bevor wir uns jetzt hier in den Details verlieren, irgendwie habt ihr da ja festgestellt, dass Datenschutz nicht ganz unwichtig ist. Vielleicht sollte ich das erzählen, weil das war so, ihr seht da die Tür hinter Renas Kopf und wenn man aus dieser Tür herauskam und zur Küche kam, die jetzt rechts davon ist, genau, dann haben wir immer auf den Rechner geguckt, weil der konnte ja natürlich abgestürzt sein, also läuft er noch. Das sind sowieso immer auf einen Monitor, da bewegt sich ja irgendwas und dann ist man natürlich neugierig. Und man sieht, vielleicht darf ich kurz, es gibt gleich zwei Protagonisten in dieser Geschichte und deren Namen wurden von der Redaktion verändert. Ah, okay, ich habe schon wieder vergessen, wie wir sie verändert haben, aber egal. Sie heißen jetzt Frank und Martina. Okay, gut. Also wir haben, also dann guckt man so auf den Rechner, man erfasst mit einem Blick alles, was auf diesem Monitor ist, sind ja nicht viele Informationen. Ich sah also, Frank war gerade eingeloggt und schrieb gerade an, war eingegeben, senden an Martina und der erste Text war Liebe Martina. Und in dem Moment kam so, ach, guck mal an, Frank hat was mit Martina. Und aber mir war auch sofort klar, das geht mich überhaupt nichts an. Also wenn mir das ein indiskreter Mitmensch sagt, okay, wenn Frank mir oder Martina mir das selber sagen, auch okay, aber nicht, wenn ich Betreiber von so einem System bin, dass ich dann darüber Informationen mitbekomme, die mich erstmal einfach überhaupt nichts angehen. Übrigens, Jena Frank, heißt ganz anders, wir sind immer noch sehr gut befreundet. Genau, das wollen wir auch bleiben. Und der kam dann am selben Tag zu uns zufällig, weil er eigentlich immer ganz viel bei uns war und da rumprogrammiert hat. Ich habe zu ihm gesagt, du, ich habe gesehen, du hast an Claudia geschrieben, ich finde, das geht mich nichts an. Du gehst hier nicht eher raus, bis du dafür gesorgt hast, dass ich nicht mehr mitbekomme, wem und was du schreibst. Wir wollen nicht mitlesen. Und zwar weder, wenn Nachrichten geschrieben werden, noch wollen wir in Postfächer von Nutzern reingucken können. Und das war der Anfang von der Verschlüsselung in Cerberus. Die Postfächer waren dann nicht mehr für die Systembetreiber lesbar. Also auch nicht, wenn ich dann halt auf der Festplatte halt nachgeguckt habe, in das entsprechende Verzeichnis gegangen bin und dann einfach mal mir die Dateien angeguckt haben von dem jeweiligen Nutzer oder Nutzerin. Das ging nicht mehr. Die wurden nämlich dann mit dem Passwort von dem entsprechenden Nutzer verschlüsselt. Und vorher, wir konnten, ihr seht es ja, was wir da sehen, ist das, was andere Leute gerade auf dem Rechner machen. Das heißt, wir konnten im Grunde alles mitlesen, was heute immer noch Maschinen letztendlich können und rausholen. Also wir waren die Überwacher. Und zwar, ob wir wollten oder nicht. Und in dem Moment ist mir klar geworden, auch weil ich zum Beispiel eine Sache hatte, ich sah, wie sie spätabends ein anderer Bekannte eingeloggt hat und dreimal Login-Versuche machte und dann auch immer wieder sich korrigiert hat. Und dann habe ich am nächsten Tag auf dem Markt getroffen und habe gesagt, naja, du hast gestern aber ganz schön Whisky in den Toast. Und er, woher weißt du das? Naja, du hast dich, ne? Und das man aus solchen... das geht mittlerweile alles vollautomatisch. Genau. Für uns war das aber so, die Erkenntnispackung zu sehen, boah, was kann ich alles mitkriegen über andere Menschen. Wenn ich an so einer zentralen Stelle sitze, wo viele Leute halt kommunizieren. Und auch, wer mit wem kriege ich genau mit und so. Und das muss verschleiert werden, weil das sind richtig gefährliche Informationen, wenn wir böse Menschen wären, was wir ja leider nicht sind. ich nehme das leider zurück, dann hätten wir unglaubliche Dinge damit machen können und das wollten wir nicht, sondern was wir machen wollten, war eine bessere digital vernetzte lebenswerte Welt und haben uns dann eben mit der Software beschäftigt, mit den Programmierern getroffen, Vorschläge gemacht, wie man das besser machen kann und in welche Richtung geht es jetzt? Und waren gemeinsam mit Cerberus dann in einem Team? Cerberus, das hast du eben schon gesagt, das ist so ein dreiköpfiger Hund. Ja, Hund ist ein bisschen verharmlosend, also die Leute, die die ganz frühe Mailbox-Szene kennen, wissen, dass es ein anderes Programm gab namens Fido. Fido ist so eher der Schoßhund oder die Promenadenmischung, so erklären es auch einige, weil der Rechner dafür aus verschiedenen Sachen ursprünglich mal zusammengeschraubt war, aber Fido war sozusagen das System, wo sehr viel Kontrolle ausgeübt werden konnte, wo die Systembetreiber mitgelesen haben und sogar private Nachrichten zensiert haben, die von einer Person an eine andere gingen, haben die sich dazwischen geschaltet, wenn sie die irgendwie unpassend fanden und das haben wir live berichtet bekommen bei einer Public Domain, bei unserer Veranstaltung. Das wollten wir nicht und Cerberus kam uns da sehr zu passen. Cerberus ist sozusagen die wildere Variante, die immer schafft, einen Kopf aus der Schlinge wiederzuziehen. Und das ist die Software, die dann auf der Bionic lief? Das war die, Cerberus ist die Software, die auf dem Server gelaufen ist und man konnte dann halt entweder direkt reingehen und auf der Oberfläche halt in der Kommandozeile halt Befehle eintippen oder es gab später auch einen sogenannten Point, mit dem konnte ich dann mit einem schnellen Anruf einmal ein komprimiertes File abholen, wieder auflegen und dann packte der Rechner zu Hause das halt das komprimierte File aus und dann hatte ich meine eigene Oberfläche. Das hat ermöglicht, mehr Leute gleichzeitig zu bedienen auf einer Telefonleitung. Früher gab es halt einen Telefontakt, also telefonieren war sauteuer, das lief über Telefon und das hatte alle paar Minuten, wurde halt Geld gecharged und je länger man drin war, desto teurer. Es gab Leute aus unserer Umgebung, die haben teilweise komplett der Deutschen Post gehört, weil sie so viel Schulden bei denen hatten und mit dem Point konnte man das natürlich sehr kostengünstig machen. Vor allem die Mailbox holte halt zum Ferntarif die Nachrichten ab, da gab es eben auch öffentliche Nachrichten und die Nutzerinnen und Nutzer konnten die Nachrichten dann zum Ortstarif halt bei ihrer lokalen Mailbox halt abholen und das lohnte sich dann richtig, einmal den ganzen Kram abholen und die Nachrichten, die die Leute dann verschickt haben, dann beim nächsten Anruf weiter zu verteilen. Das hat ein bisschen gedauert, aber es war low tech, es war low cost und hat wirklich viel, viel ermöglicht an Bürgerbewegungen, für Umweltbewegungen. Damals war Tschernobyl halt passiert und dann hat man angefangen Radioaktivitätswerte auszutauschen oder ähnliche Sachen. Und jetzt hier bei dem Bild übrigens mal von der Poser-Nummer da abgesehen, hinten dran, was ihr da seht, das waren die einzelnen PCs, auf denen jeder PC-Betrieb ein Modem, wo dann über ein Novellnetzwerk dann die verschiedenen Mailbox-Boards zusammengeschaltet waren. Davon hatten wir halt dann regalweise Rechner da dran. Das liegt halt noch auf MS-DOS und da steht der Stapel US-Robotics, da wo mein Zeigefinger gerade so komisch gezeigt, ja. Also das war schon eine ziemlich aufwendige Sache. Alles Modems ohne Zulassung, ja. Ja, wir müssen mal ein bisschen weiterkommen. Mir ist übrigens aufgefallen, wir haben im Vorfeld ziemlich viele Themen auch rausstreichen müssen. Eines ist dabei rausgeflogen, wo ich aber trotzdem mal für die jüngeren Leute das einmal erwähnen wollte, der Name Föbud ist nämlich ein paar Mal gefallen. Wir wollten eigentlich erklären, wie es dazu kam und wie es zu der Namensänderung kam, ist aber rausgeflogen. Auch da können sich Leute, die sich dafür interessieren, das Video, acht Minuten oder so hat das damals gedauert, da haben wir das ausführlich erklärt, wie es zu dem Namen kam und warum wir einen neuen Namen haben wollten und dann jetzt eben auch Digitalkourage heißen, findet sich auch unter digitalkourage.video unter Föbud sucht einen neuen Namen. Föbud reicht eigentlich schon und wie man das buchstabiert, das findet man dann im Video raus. Ich dachte nur, dass ich das einmal dazu sage, so hießen wir früher. Also wenn ihr dieses komische Wort wieder hört, damals, das waren halt die Föbud-Zeiten. So, nächstes Thema hat auch ein bisschen was mit Telefonieren zum nicht unbedingt Ortstarif zu tun. Irgendwann sagte mal jemand, ein Journalist, glaube ich, dass es eigentlich in Zagreb, nee, in Sarajevo, in Sarajevo ein Bielefeld-Denkmal geben müsste. in Zagreb. In Zagreb doch, dann habe ich es falsch auf meine Karte geschrieben und richtig im Kopf scherbt. Ja, warum sollte es da ein Bielefeld-Denkmal geben und wer hat das nochmal gesagt? Das war bei einer Veranstaltung viele Jahre später ist der Grund dafür ist, dass wir nachdem der Bürgerkrieg in dem ehemaligen Jugoslawien losging, 1991, ist bei uns jemand aufgelaufen, der dort als Friedensarbeiter tätig war, der versucht hat, dort Menschen gewaltfreien Widerstand beizubringen, damit sie zum Beispiel ein Gebäude schützen, davor, dass es erstürmt wird oder so, indem sie dann halt das blockieren, aber eben nicht Gewalt ausüben. Und der hat mit verschiedenen Friedensgruppen auf den verschiedenen Seiten dort gearbeitet und hat dann gemerkt, es funktioniert nicht mehr richtig, weil die Kommunikation unterbrochen worden war. die neuen Machthaber in den verschiedenen Teilrepubliken, die sich da gegründet hatten, die haben zum Teil die Kommunikationswege aktiv unterbrochen, also man konnte zwischen Serbien und Kroatien nicht mehr einfach telefonieren. Das heißt, die Leute waren darauf angewiesen, auf die lokalen Radios, die lokalen Radios haben die Kriegsstimmung geschürt und haben gesagt, die andere Seite hat den Waffenstillstand gebrochen und jetzt müssen wir aber und so und deswegen war es so wichtig, dass die Friedensgruppen andere Möglichkeiten des Austausches haben zwischen den verschiedenen Republiken und das hat Erik Bachmann, der als Kriegsdienstverweigerer aus den USA nach Deutschland gezogen ist und im Umweltzentrum in Bielefeld auch tätig war und der hat sich dort engagiert und der hat das dann zunächst als Fax Kette gemacht also die Friedensgruppe in Zagreb hat dann ein Fax nach London geschickt in London wurde das Fax wieder in das Gerät gestopft und dann nach Belgrad in Serbien weiter gerutet genau das ist nur unglaublich teuer weil das dauert mit dieser grafischen Übertragung halt sehr lange schlechte Qualität sehr lange sehr umständlich Handarbeit und so und dann hat Erik gesagt hey ich dann ist er bei uns aufgelaufen und hat uns Löcher in dem Bauch gefragt wie funktioniert das wie kann ich das installieren und er hat sich da total reingefuchst und er hat dann angefangen dort Mailboxen zu installieren und dann gab es ein ganzes Netzwerk das hieß Samir Samir heißt für den Frieden wie die Raumstation und er hat dann dafür gesorgt dass die vor Ort dann von Friedensgruppen betrieben wurden und dass die dann wiederum Kontakt mit uns in Bielefeld hatten denn der Trick war sie konnten zwar nicht zwischen Serbien und Kroatien telefonieren aber Auslandsgespräche gingen immer noch und das heißt die Bionic in Bielefeld war der zentrale Knotenpunkt für das Samir Netz in Jugoslawien und wir haben die verschiedenen Boxen angerufen und die waren halt in Zagreb in Kroatien in Belgrad in Serbien Sarajevo in Bosnien Tuzla auch in Bosnien Pristina in Kosovo und irgendeine fehlt mir noch Ljubljana in ich komme gerade nicht mehr drauf es ist spät jedenfalls da war unglaublich was los Sarajevo ist drei Jahre belagert worden von den Serben die Computer für die Mailbox sind dort durch Tunnel reingeschmuggelt worden in die Stadt man hat geschafft dort drei Telefonleitungen zu requerieren das war eine hellentat weil in Deutschland kostete zu der Zeit eine neue Telefonleitung sich von der Post geben zu lassen kostete 100 Mark in Bosnien kostete das 1000 oder 1500 und die haben geschafft aber mehrere Telefonleitungen aufzutreiben und haben dann dort das System installiert und dann müsst ihr euch vorstellen 5000 Leute in Sarajevo haben diese Mailbox genutzt das ist der Wahnsinn es gab nur um dann Kontakt zu ihrer Verwandtschaft aufzunehmen oder Menschen zu finden abgeschnitten über drei Jahre von der ganzen Außenwelt die 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 sind verrückt geworden also und das alles lief über Bielefeld das alles lief über Bielefeld habt ihr eine ordentliche Telefonrechnung gehabt oder ja wir hatten eine astronomische Telefonrechnung 5000 Mark im Monat oder so oder mehr 8000 ja und wir aber Erik Bachmann hat geschafft einen Antrag zu stellen beim Open Society Foundation und die haben die Telefonkosten übernommen und es war wirklich ein großartiges Projekt ich war später in Sarajevo um eine rechtliche Angelegenheit zu regeln und habe nach einem Anwalt gesucht der auch Deutsch spricht und der hat dann mich beraten und am Ende habe ich ihn gefragt was bin ich ihnen schuldig und dann sagte er gar nichts ich habe das Samiennetz genutzt und das war so wichtig für uns und er hat dann erklärt dass er durch das Samiennetz der verschollen war und seiner Mutter das berichten konnte also dieses Menschen wiederzufinden Familien das macht man sich manchmal so in unserem Wohlstand gar nicht klar wie wichtig das ist und auch Hilfsgüter wurden darüber koordiniert und wir haben eine Menge darüber gelernt wie vorsichtig man sein muss damit solche Informationen nicht militärisch genutzt werden also auch wir haben gelernt dass man in Kriegsgebieten nicht verschlüsselt sendet man muss damit offen umgehen weil wenn man jetzt verschlüsselt sendet dann könnte das ein Grund sein jemand als Spion standrechtlich zu erschießen und zwar wirklich tot machen also kein Scherz wow also das ist ein dickes Thema und da sieht man auch mal wieder wie wichtig Kommunikation in Bezug auf Friedensarbeit und Antikonflikt Arbeit ist ich ja und das passt eigentlich auch zu unserem nächsten Thema springen wir jetzt wieder mal wild durch die Zeit nämlich in der Zeit in der ich auch schon mit dabei war nee das ist es noch nicht das kommt erst noch wir brauchen dann gleich mal wieder ein Video und zwar nee als das Video kommt erst am Ende es handelt sich dabei um nämlich um ein Thema bei dem wir dass wir noch einen weiteren Gast haben der ist uns aber diesmal zugeschaltet es geht um den Aktivkongress denn da haben wir ja organisiert Veranstaltungen wo wir gemeinsam uns vernetzen in der deutschen Datenschutzbewegung nenne ich es jetzt mal alle die da aktiv werden wollten und das ist jetzt im Moment halt auch so koronös ein bisschen unterblieben aber wir erinnern uns ganz besonders gerne daran und deswegen will ich jetzt mal gucken Regie schaffen wir es IJ dazu zu schalten der war nämlich von der Erststunde an dabei und ich habe keine Ahnung wo wir den jetzt sehen oder hören ich höre ihn das sehr schön hallo hier bin ich da ist er ja sag mal erzähl mal was am meisten in Erinnerung geblieben am meisten in Erinnerung geblieben ist es natürlich die tolle Gemeinschaft die man dort hat und vor allen Dingen auch die Motivation die man dort teilweise bekommt also man kommt wenn man so wie ich am Rande der Republik wohnt und nicht in Berlin wo ganz viele Aktivisten und Aktivistinnen sich rumtreiben und mit denen man viel machen kann dann ist zum Beispiel der Aktivkongress einer der großen Events sag ich mal wo man dann ja Gleichgesinnte trifft und halt auch Motivation wieder tanken kann weil wenn man nur vor sich alleine in seiner kleinen Gemeinde herum vorwerkelt dann ist das immer schwierig die Motivation zu finden warum mache ich das eigentlich wieso bin ich hier alleine warum hilft mir keiner und das ist beim Aktivkongress halt komplett anders wenn man dorthin kommt dann ist ja was mache ich denn hier wie läuft das ganze denn überhaupt wer sind die ganzen anderen leute und hinterher geht man halt eigentlich wieder weg indem man Freunde gefunden hat man ist wieder motiviert man weiß wofür man das macht man kriegt ganz viele tolle Geschichten erzählt was die Leute bewegen und da fühlt man man ist halt nicht alleine man teilt sein Leid als Aktivist sozusagen mit ganz vielen anderen und kriegt ganz viel Input von den anderen was man alles noch machen kann oder wie man es besser machen kann es finden ja Workshops statt oder was was auch ganz wichtig ist ist halt das Socializing am Abend nach den ganzen Workshops das ist so wichtig finde ich dass man halt dann auch zusammensitzen Bier trinkt oder je nachdem wo es stattfindet dann zum Beispiel auch Tischtennis spielt oder halt auch auf die Gegelbahn geht oder wo auch immer das dann stattfindet das ist also ganz toll und da habe ich halt ganz viele Leute kennengelernt auch von Digital Courage vom Acker Vorrat von den Crypto Partys die dann auch regelmäßig dort ihre Workshops machen oder ihre Crypto Partys auf dem Aktiv Kongress und das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis Ja vielen Dank für den Bericht hast du wirst du noch irgendwas hinzufügen oder wir haben jetzt nämlich auch ein kleines Video was wir mal bei einem der Aktiv Kongresse gedreht haben und ja eigentlich nur wer die Gelegenheit hat dahingehen wer das auf europäischer Ebene machen kann oder möchte der findet natürlich bei der Freedom Not Fear einen europäischen Ersatz für die ganze Aktion der Aktiv Kongress ja eher so auf deutschlandweit ausgerichtet Die Überleitung genau die Freedom Not Fear kommt direkt danach aber nur in Kurzfassung wir haben wir haben hier haben wir jetzt auch ein bisschen mitgedreht und wollten auch mal den Aktivkongress ein bisschen vorstellen und dieses Video ist von ups ich weiß es gar nicht wann also jedenfalls waren wir da noch in nee das ist in Hattingen schon ganz angefangen hat es ja in Hamburg und dann sind wir nach wurde geschlossen und seitdem waren wir dann mehrere Jahre viele Jahre in Hattingen bis auf ganz zuletzt da haben wir dann in Bielefeld hier eine ganz gute Location gefunden aber wir würden sehr gerne tatsächlich auch wieder Aktivkongresse machen wir müssen mal schauen wann die Corona-Lage ist wieder gestattet also es ist ein etwas älteres Video aber vielleicht erkennt sich ja doch die eine oder andere Person wieder wir spielen es mal ab können wir tun eine Vernetzung der verschiedenen AKs untereinander AK steht für Arbeitskreis aktivtiv das v für Vorratsdatenspeicherung das C für CCC Kongress das große E für AK elektronische Verwaltung das C für Zensur später auch für Zensus ist also die Idee gewesen Leute an einen Tisch zu bekommen Das wird sehr viel modelliert dass wir jetzt auch einige Sachen die so nebenbei laufen über die man sich in Mailing-Liste monatelang den Mundfuß mich redet hier beim Bier mal eben schnell beilegen kann dass man aber auch gemeinsam eine neue Vision findet das C-C-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K Zack weg sind wir wieder auf Sendung ja wir haben Patelun zwischenzeitlich verloren so ist das eben bei live da muss manchmal jemand kurz verschwinden der taucht bestimmt gleich wieder auf das war der Aktivkongress gleiche ähnliche Veranstaltung haben wir eben auch europaweit gemacht nämlich mit dem Freedom Not Fear eigentlich haben wir dazu auch ein kleines Video mitgebracht aber wir haben uns gerade in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit entschieden dieses Video jetzt mal zu überspringen es sei denn Patelun kommt jetzt nicht wieder zurück weil für das nächste Thema brauchen wir ihn nämlich aber Freedom Not Fear wir werden da sicherlich nochmal zu kommen also wir sehen das jetzt mal als Pilot hier und wir können diese Reihe mit Erzählungen sicherlich fortführen was haben wir als nächstes ja und als immerhin anders als der Aktivkongress findet Freedom Not Fear ja auch weiterhin statt eben digital da ist Patelun auch wieder da herzlich willkommen zurück ähm und hat ja auch dieses Jahr stattgefunden auch mit so einer kleinen Welt äh lief auch ganz nett ähm also äh kann man sich auch mal angucken aber jetzt gehen wir einfach direkt zum nächsten Thema es ist eins meiner Lieblingsthemen und deswegen äh äh muss es unbedingt sein ähm und zwar äh ist gab es ein Produkt es gab mehrere Produkte in unserem Shop über den Shop haben wir jetzt ja auch noch nicht wirklich geredet wie es dazu eigentlich kam und warum es den braucht ähm und ein Produkt was es aber in diesem Shop gibt das ist ja besonders groß rausgekommen und das steht im Zusammenhang mit dem Camp in Holland oder mit einem der Camps in Holland und die Geschichte die äh zieht einen ganz äh hübschen Bogen und die würde ich so gerne von euch nochmal hören ich mache dazu sogar ein paar Bilder auf oh ja es geht um Pädagogik für Nerds ne haben wir das hier noch im Wechsler ha guck mal fang doch schon mal an ich fummel hier okay also ähm Thema Videoüberwachung ähm das hat uns äh Anfang der 2000er Jahre sehr beschäftigt ähm wegen verschiedener Pilotprojekte und ähm Änderung von entsprechenden Polizeigesetz und so weiter ähm wir haben es dann auf die Spitze getrieben und ähm halt äh Videoüberwachung auf Toiletten äh uns vorgestellt äh so als äh so schlimmer kann es nicht werden und ähm haben uns dann für das Hacker Camp in Holland eine kleine Aktion überlegt und haben äh dann Schilder entworfen wo äh auf Niederländisch auf Englisch und auf Deutsch drauf stand aus hygienischen Gründen wird diese Toilette Video überwacht wir danken für ihr Verständnis äh wer den Workshop zu Social Engineering äh von einem der Holländer mal mitgemacht hat weiß ähm dass man immer einen Grund angeben muss ähm äh also wenn man wenn man von Leuten irgendwelche Informationen rauslocken will oder die zu irgendwas bringen will was die eigentlich gar nicht wollen dann sagt man irgendwas und das aus Sicherheitsgründen aus Sicherheitsgründen genau und hier jetzt aus hygienischen Gründen wird die Toilette Video überwacht völliger Blödsinn aber leuchtet Leuten trotzdem total sofort ein auch unglaublich ja Padelun und ich sind also zum Anfang dieses Camps äh das ähm auf einem Unicampus ähm stattfand äh überall waren Zelte ne und die ganze Infrastruktur wie das eben so bei Hacker Camps ist und es standen jede Menge Dixi-Klos dort rum und Padelun und ich sind von Dixi-Klo zu Dixi-Klo und haben ähm halt mit boah scheiß Job ne so hm und haben da überall diese wunderbaren Schilder aufgeklebt äh und haben dafür gesorgt dass wirklich alle damit versorgt waren rund um das ganze Camp ähm das gab dann einige ziemlich lustige Effekte und wir haben feststellen können wie sehr auch Hacker äh Dingen Glauben schenken die da irgendwo einfach stehen und da steht ja obwohl da unten BigBrotherAwards.de mit draufsteht das hat keiner gesehen das ist äh ja das war ein kleiner Hinweis aber der wurde überlesen und dann passierten einige sehr lustige Sachen ähm wir bekamen mit wie in einem Zelt äh heftigst darüber diskutiert wurde ob das wohl in den Niederlanden zulässig sei äh und wenn das jetzt zulässig sei die Toiletten Video zu überwachen ob dann nicht mindestens eine Toilette zur Verfügung gestellt werden müsste ohne Kamera eine was ja völlig ausreichend ist für tausende von äh Besuchern natürlich dort ähm anderswo ähm also sagten Leute ich gehe nur auf die Toiletten wo keine Aufkleber drauf sind die waren natürlich als äh Souvenir schon von Leuten mitgenommen worden wir haben nachgehängt aber die Krönung war dann wirklich an einem Samstagabend ähm kam jemand zu uns und sagte boah einige sind schon so abgedreht ey ich habe gerade Leute gesehen die haben eine Toilette umgekippt und auseinandergenommen ähm am Tag danach äh wir saßen auf unserem schönen äh Führbootstand und hatten äh auch diese äh diese diese Schilder da liegen wir hatten natürlich immer unseren Shopstand das ist ja eins unser Arbeitsmittel kommen wir noch dazu aber da lagen auch diese Schilder dann kommt jemand und macht oh nein die sind von euch wir haben gestern eine Toilette auseinandergenommen um die Kamera zu finden ja Hacker äh schrauben es auf und gucken rein aber haben sie nicht gefunden sie haben keine gefunden ja diese diese Kleber haben wir dann äh klein und nur in Deutsch äh dann halt äh noch für den Shop gemacht sind äh absolut ein Renner für WG-Küchen äh WG-Klos und ähm äh auch zum Weiterverteilen natürlich und die haben im späteren Verlauf ich sagte ja gerade schon wir kämpfen gegen Videoüberwachung spielten sie noch eine Rolle ja zu aber erst will ich was dazu sagen kleine Überleitung auf den Shop war doch okay ja ja der Shop muss jetzt nochmal erklärt werden also wir hatten ja damals 2004 diesen Shop dann aufgebaut äh weil wir durch den Schnee äh nicht mit dem Zug fahren konnten ne nicht mit dem Auto fahren konnten weil die Straßen äh weil die Straßen äh äh zu waren äh und äh da konnten wir die T-Shirts mit Stop Rf Idee nicht mitnehmen die wir an die Leute verteilen wollten und die hatten wir dann alle noch liegen und dann haben wir hat Axel einen Shop aufgesetzt die T-Shirts da reingetan damit wir die dann irgendwie auch wieder verkauft kriegen und ähm äh dieser Shop ist halt ganz prima weil man dort drin einfach ganz tolle Sachen an Leute verbreiten kann und äh wir haben uns dann eben überlegt dieser dieser Toilettenaufkleber die hatten waren so ein Erfolg dass wir gesagt haben das bringt Leute so gut zum Nachdenken über Videoüberwachung und ob das sinnig oder unsinnig ist also sprich immer unsinnig ähm das sollten wir verbreiten dann haben wir erst überlegt diese A5 großen Teile dann so zu drucken auch in allen drei Sprachen das war aber nicht finanzierbar die wären dann zu teuer geworden und ähm dann kamen wir drauf solche Kleinen zu machen die waren relativ günstig zu kriegen und dann haben wir aber immer zehn Stück zusammengepackt damit nicht Leute nur einen haben wenn sie dann 2,50 oder 2,50 Euro jetzt dafür verkaufen äh ausgeben 5 Mark haben die Mangel kostet 2,50 jetzt und damit sie einen für sich selber haben für die eigene Toilette und neun zum Verschenken damit die sich auch verbreiten exponentiell und so kennen wir jetzt ja alle und ähm das Tolle ist wenn man so einen Shop hat dann können Leute einfach wann sie wollen es bestellen wird eingetütet und versendet und die haben sich einfach riesig ausgebreitet ich weiß nicht wie viele Tausende von den Dingern wir weitergegeben haben und ähm das hat einfach immer funktioniert und verlässlich und die haben noch eine große Rolle gespielt bei der nächsten Geschichte die funktionieren ja auch bis heute äh wundervoll und die nächste Geschichte das ist wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten und tut mir leid Patelun aber ich finde Rena erzählt sie schöner ok oder er erzählt sie zusammen aber ich falle ihr ins Wort und sie sie beginnt sie beginnt wenn ich das richtig sehe mit die nein oh das ist das das ist Axel genau das ist Axel hallo Axel und die Stopp-RF-Ide-Kampagne genau und das war in unserem Schaukasten da sind äh tatsächlich äh einige Fibots beim löten von äh RFID-Armreifen haben wir auch im Shop verkauft ja ja und der Shop hat sich immer mehr etabliert als äh unterstützungsbedarf als Infrastruktur oder Norwegen da stehen noch Mailboxen und so weiter aber mach mal weiter das ist ja also mit diesem Bild hängt die nächste Geschichte zusammen ja ähm die rot-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen hatte beschlossen Videoüberwachung an öffentlichen Orten zuzulassen wir reden um die Zeit um 2000 rum es war ja es war 98 ne ja es ging so in 2000 und ähm da waren wir natürlich dagegen äh dann hat aber äh tatsächlich die äh Regierung in Düsseldorf der Teufel geritten und sie haben das Pilotprojekt um festzustellen das Videoüberwachung ja was total Sinnvolles sei an Kriminalitätsschwerpunkten äh dieses Pilotprojekt haben sie ausgerechnet nach Bielefeld gelegt für ganz vor eure Nase vor unsere Nase in den Ravensberger Park äh das ist da wo die ähm Hechelei auch ist wo wir immer jetzt äh die Big Brother Awards verleihen oder fast immer äh ist ein schöner Innenstadtpark und äh mit einer ganz normalen Kriminalitätsrate würde ich sagen im Wesentlichen äh durch äh äh Drogengeschäfte und ähnliches äh bestimmt aber ganz normal wie auch immer ähm äh äh die äh tatsächlich hatte die äh innerhalb der Koalition hatten sie gedealt das Zuzugsalter von Migranten äh kriegt ihr und dafür lasst ihr aber Videoüberwachung zu und äh da waren also komische Dinge gelaufen wir waren da natürlich die machen öfter solche ja da sind komische Deals aber ja ähm ähm jedenfalls wir waren dagegen dann gab es eine ähm Landesdelegiertenkonferenz wie die Grünen halt ihre Parteitage nennen also ein Landesparteitag und ähm die Grünen aus Bielefeld waren auf unserer Seite und waren engagiert gegen Videoüberwachung und äh wir haben dann gesagt wir machen da einen Infostand bei dem Parteitag und das ist das was wir da jetzt sehen das ist das ist der Infostand ähm allerdings als wir den anmelden wollten wurde uns beschieden es sei kein Platz für unseren Infostand das geht leider nicht sieht gerade nicht so aus ne sieht nicht so aus und dann haben wir eine unserer Techniken die wir immer noch gerne einsetzen nämlich wie heckt man sich in einen Parteitag ja man baut guerillamäßig ganz früh morgens auf wir sind halt ganz früh hingefahren und haben einfach schon mal aufgebaut und genial dann hat uns sogar jemand vom Fernsehen geholfen die Lichter die Scheinwerfer richtig zu setzen damit das gut ausgeleuchtet war wir haben vorher diese Holzteile da bauen lassen wir haben diese wunderschöne Ausstellung also in Miniatur mit mit Bonsaibäumen und wo man drumherum laufen kann ähm mit äh sprüchen wie flächendeckend nein flächendeckende Videoüberwachung einführen um flächendeckende Videoüberwachung zu verhindern wie wollt ihr das später euren Kindern erklären äh weil das war die Argumentation wenn wir jetzt keine Videoüberwachung einführen dann kommt die böse CDU und dann gibt es flächendeckende Videoüberwachung das war alles Quatsch aber die eigentliche Geschichte kommt jetzt nämlich ähm äh das Thema Videoüberwachung war dann von den soll ich dazwischen den Rundgang noch erklären nein ähm später mal machen wir noch eine Sendung ja ähm das Thema Videoüberwachung war auf 23 Uhr angesetzt man hoffte damit dem Thema also etwas so den die Luft rauszunehmen weil man dachte um die Zeit ist das nicht mehr so engagiert aber aber Fehler ähm tatsächlich meldeten sich zum Thema Videoüberwachung richtig viele sodass ausgelost werden musste wer sprechen darf als erstes ausgelost wurde Wilhelm Achelpöhler äh engagierter Anwalt aus Münster der übrigens äh jetzt unsere Klage gegen den äh Fingerabdruck im Personalausweis führt ich habe gerade gedacht irgendwoher kenne ich den Namen genau Wilhelm Achelpöhler hat sehr äh sehr klar erklärt warum Videoüberwachung im öffentlichen Raum äh schädlich ist für unsere Grundrechte und so danach kam eine Frau äh ans Rednerpult und sagte mein Vorredner hat die juristischen Dinge alle schon prima erklärt muss ich nichts mehr zu sagen ich wollte nur sagen alle Frauen die hier im im Veranstaltungsort in den Rheinterrassen hier in Düsseldorf schon mal auf Toilette gewesen sind die werden gesehen haben die Toiletten hier werden Videoüberwacht und dann ein großes Gemurmel im ganzen Saal ähm die Veranstalterin ähm ich stand grinsend äh an der an der Tür vom Saal die Veranstalterin guckte zu mir rüber und wie angestochen kam sie zu mir rüber gerannt und äh sagte diese Aufkleber diese Aufkleber die sind doch von Ihnen ähm genau äh dann fragte jemand äh wieso Videoüberwachung und ähm dann ähm ähm ich sagte ich sagte ihr dann ähm ist es nicht ähm beunruhigend dass die Leute hier annehmen das könnte wahr sein und was dann passierte war äh sie ging wieder nach vorne und sagte nein hier im Veranstaltungsort gibt es keine Videoüberwachung und dann kam vielstimmig aus dem Saal das steht da aber und das haben sie nicht wieder weggekriegt es gab eine Zweidrittelmehrheit gegen Videoüberwachung bei diesem Parteitag wir haben erwartet dass wir eine Niederlage einfahren aber dann haben wir Sekt geköpft und äh das war großartig also diese Aufkleber haben schon richtig was bewirkt die haben ich glaube noch mehr bewirkt als wir selber wissen aber an der Stelle durften wir mal dabei sein das Blöde bei politischer Arbeit ist ja doch auch immer dass man die Erfolge gar nicht so richtig mitbekommt und wenn man wirklich Erfolge hat kommen andere und sagen es war ihr Erfolg aber an der Stelle ja war es klasse hat Spaß gemacht und wir haben heute noch große Freude mit vielen von den Grünen zum Beispiel Britta Hasselmann hat das Foto gemacht von unserer Burg in unserer RC3 Welt die verschneite Sparrenburg die ihr entdeckt wenn ihr ganz nach oben geht ja genau ja danke für diese schöne Geschichte ich habe gerade von der Regie gehört eine können wir noch um halb bis Schluss und wenn wir uns kurz fassen dann schaffen wir was wollen wir denn noch gibt es Wünsche die allerletzte die wir uns noch vorgenommen haben hatten wir acht Minuten geplant das könnte also hinhauen wenn ihr euch an die Zeit teilt aber wir haben noch zehn Minuten es geht dabei um Hartnäckigkeit und das ist ja auch ein Wort das uns häufiger mal begleitet dass wir auch hartnäckig an den Themen dranbleiben wollen und in dem Fall ging es um die Datenschutz-Grundverordnung zu einem Zeitpunkt als eigentlich davon noch niemand was gehört hatte und als der ganze Lobbyismus anfing oder anfangen wollte in Deutschland und in Europa den Datenschutz eigentlich komplett auszuhöhlen und dazu haben wir auch ein kleines Video mitgebracht was etwa vier Minuten viereinhalb dauert das müssen wir unbedingt gucken ach so wir können gerade kein Video gucken weil uns der wir reden kurz weiter wir wollten eh kurz das Video einleiten wir wollten kurz was darüber sagen genau vor der Datenschutz-Grundverordnung wurde von der deutschen Regierung immer verkündet wenn da jetzt was europäisches gemacht wird das muss aber richtig gut werden da müssen wir auf jeden Fall mindestens die Standards halt haben die wir in Deutschland bei unserem großartigen Datenschutzrecht haben und deswegen müssen wir da besonders sorgfältig mit umgehen so dass alle das Gefühl hatten oh ja die wollen richtig hohe Standards einführen das Gegenteil war der Fall man versuchte mit dieser Verzögerungstaktik dafür zu sorgen dass das Gesetz überhaupt nicht beschlossen wird und an dieser Stelle müssen wir ein ganz großes Lob loswerden an Jan Philipp Albrecht der im Europaparlament und als Berichterstatter im Liebeausschuss dafür gesorgt hat dass man über alle Parteigrenzen hinweg dort geschafft hat sich zusammenzuraufen und die 4000 Änderungsanträge die es glaube ich gab die von Rechtsanwaltskanzleien von entsprechenden Digitalkonzernen geschrieben worden waren um das abzuwenden die haben geschafft das auf 100 Fragen zusammen zu dampfen die dann abgestimmt werden konnten und ganz kurz noch es wurde dann immer im Ministerrat hat Deutschland dann immer dafür gesorgt dass das weiter verschleppt wurde und verwässert wurde das sind aber Informationen die nicht öffentlich sind und wir wollten genau an der Stelle das Innenministerium was auch im Ministerrat halt sitzt die wollten wir adressieren und sagen Leute das geht so nicht wir wollen diese Gesetze haben denn die schützen uns bei uns haben sie immer gesagt wir wollen unseren Datenschutzstandard erhalten und ja ja das war ja dieses schöne Spiel vielleicht dazu wir haben eine Unterschriftenaktion gemacht da konnten Leute bei uns also wirklich sich Innenministerbriefen wir nannten es Innenministerbriefen und dazu haben wir dann zur Übergabe eine Aktion gemacht gehört ja auch mal ein bisschen zu dass es Spaß macht also für die Presse Spaß macht für uns da draußen für uns auch wir wollen auch Spaß haben aber auch Leute da draußen Spaß haben damit sie auch bei so Aktionen das mitbekommen und wir in Druck über die Straße reinbringen und das haben wir gemacht zum Zeitpunkt als wir eigentlich noch überhaupt nicht davon ausgegangen sind dass das irgendwann doch mal was wird wir sind schon davon ausgegangen weil wir wissen ja wenn wir was machen dann wird das auch was also wir zeigen wir spielen jetzt mal das Video ab wir sind heute vor das Innenministerium gezogen nackt fühle ich mich schon seit einiger Zeit die Privatsphäre geht verloren das ist die EU-Fahne wir haben Innenminister Friedrich einen offenen Brief mitgebracht den wir im Internet eingestellt haben ich baue hier jetzt noch auf die Schnelle ein paar Lenden-Schürze die bekommen unsere Models an da werden noch ein paar Grafenzeichen drauf gesprüht Datenschutz ist sozusagen die Voraussetzung dafür dass wir als autonome Wesen selber bestimmen können dass wir in einer Demokratie unabhängig bleiben können und selber entscheiden können je mehr wir mit dem Internet arbeiten desto mehr Daten fallen an und desto mehr werde ich auch manipulierbar weil ich ja nicht weiß wer hat eigentlich welche Daten von mir wer weiß was von mir die Tendenz ist im Moment dass Firmen wie Facebook uns weismachen wollen dass unser Privates ja alles öffentlich sei und gleichzeitig privatisieren sie das was eigentlich öffentlich ist ursprünglich war die Idee gut ein einheitliches Datenschutzniveau in Europa herzustellen das Problem ist nur jetzt sind Hundertschaften von Lobbyisten unterwegs der Entwurf der EU-Kommission der dafür gemacht wurde war schon einigermaßen in Ordnung alleine die amerikanische Handelskammer hat 70 Lobbyisten nach Brüssel geschickt um dort die Abgeordneten und die EU-Kommission zu bearbeiten diesen Entwurf zu verwässern wo es geht die Gefahr besteht ernsthaft dass jetzt diesem Lobbydruck nachgegeben wird und dass der Datenschutz so wie wir ihn bei uns kennen und schätzen geopfert wird wir haben sowieso kaum noch Kleider an nur noch ein paar unserer Datenschutzgesetze schützen uns noch wenige Paragrafen jetzt kommen die Lobbyisten an und zerren da dran sie ziehen auch noch die wenigen Paragrafen weg die uns heute noch schützen meine Privatsphäre Datenschutz ist unser Recht Herr Stenzel in Vertretung von unserem Bundesinnenminister Friedrich möchte ich Ihnen jetzt unseren offenen Brief überreichen den viele Organisationen unterschrieben haben ein breites Bündnis wir verlangen vom Innenminister dass er unsere Grundrechte auch in Brüssel vertritt das sind ganz furchtbare Dinge die da gerade passieren die wir spätestens ihre Kinder und Enkel dann immens bereuen werden wenn das so kommt wie es jetzt mit den ganzen Aufweichungen geplant ist ich überreiche Ihnen hiermit einmal den offenen Brief an den Innenminister und mit den Unterschriften von allen die diesen Dienst mit unterzeichnet haben wir fordern dass die Datenschutzverordnung nicht weiter aufgeweicht wird dass es unabhängige Kontrollen gibt dass es klare Definitionen geben muss dass Schlupflöcher zugemacht werden dass ein Verstoß gegen das Gesetz auch geahndet werden muss und dass die Strafen spürbar sind bei Verstößen denn es gibt so viele neue technische Möglichkeiten der Datensammlung und der Verarbeitung dass dort dringend geboten wäre es zu verbessern das hat mich schon zum Nachdenken bewegt jetzt diese Aktion, die nackten Bürger das was sie noch anhaben und es ist schon ein sehr wichtiges das ist auch ein sehr ernstes Anliegen das der Innenminister und auch die gesamte Bundesregierung von anderen hin verfolgt hat nämlich dass wir die deutschen Standards die wir haben nicht absenken und dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch einen draufsetzen wollen Mehr Daten bedeutet mehr Datenschutz und ich glaube es ist ganz wichtig sich auch klar zu machen dass es für die Wirtschaft wichtig ist bereits jetzt zu wissen es gibt ganz strenge Regularien die kommen nicht erst später sondern jetzt sind sie da damit Produkte so entwickelt werden können dass die Persönlichkeit von Menschen geschützt werden kann da können alle auch wunderschönen damit hatten wir sie ja ein bisschen festgenallt und im Nachhinein muss man sagen viele dieser Forderungen sind ja dann doch auch Realität geworden und auch diese Aussage von Paddeluna am Ende fand ich jetzt ja nochmal witzig diese Sache mit Verlässlichkeit starker Datenschutz ist eine Sache der Verlässlichkeit die DSGVO wird ja jetzt weltweit quasi schon zum Vorbild genommen weil es eben Firmen hilft und das ist eben so die Sache wo wir auch einfach gelernt haben dass Hartnäckigkeit sich lohnt und auszahlt und damit uiuiui wir haben ein bisschen später angefangen und dafür gar nicht mal so arg überzogen sind wir am Ende wir danken dafür dass ihr so lange dabei geblieben seid und hoffen dass noch welche dabei sind auch noch ja genau hoffen wir mal und ich danke euch fürs Erzählen und es gibt mit Sicherheit noch ganz viele weitere Geschichten die wir so mal nach und nach aus euch rauskitzeln müssen vielen Dank Lena auch moderieren danke Fortsetzung folgt vielen herzlichen Dank es war unglaublich viel unglaublich spannende historien ich würde mir ich würde mir ich würde mir auch nicht also ja jetzt können wir ja irgendwie jetzt ist das alles jetzt der soll doch eine Abmoderation wir haben auch noch eine Frage aus dem Publikum ich weiß nicht wie wir die jetzt am besten weitergeben in den Raum ähm erstens mal ein großes Dank es gibt noch Fragen ja es gab eine Frage wir haben nur keinen Sound ähm und zwar wer ist denn der fluffige Vierbeiner der euch die Schuhe geklaut hat und was wie heißt er und welche Hunderasse also ich muss dazu sagen das ist Cookie muss man akzeptieren kann man nicht wegklicken ein Weibchen ähm Malteser Mischling und ähm ja und total süß hat Bezirzt ja immer das ganze Büro ja aber Malteser Mischling versteigert oder im Shop verkauft vielen Dank also ganz herzliches Dank wie gesagt äh sehr viel ähm also ich würde gerne mehr hören ich würde gerne mehr hören ähm ich glaube aber so langsam als ich ja will auch wollen wir alle ins Bett ja ähm ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ähm ja vielen Dank für diesen absolut tollen Abschluss des Tages und äh wir sehen uns morgen dann hier wieder im Stream bei Chaos Studio Hamburg danke nach Hamburg danke nach Hamburg und danke an alle die dabei sind auch danke für den wunderbaren Rahmenbau aus Hamburg ja und den wunderbaren wunderbaren Rahmenbau hier in der M26 20 tschüss gute Nacht überall einzige nächste lebend